Hallo, zurück zum Sovi-Stammtisch der undefinierten Zeiteinheit, die wir uns den soziologischen Fragen, sozialwissenschaftlichen Fragen dieser Welt in Ausschnitten widmen und die ihr euch zum Gehör gebracht habt. Und wir, das sind diesmal unser technischer Hausmeister, René. Hallo, ich will aber dazu sagen, ich möchte eigentlich gar nicht mehr technischer Hausmeister genannt werden, weil mein Wissen über die Technik ist so gering. So, ihr werdet heute, wir kriegen hier nie was fertig, das ist doch scheißegal. Ich wollte das ja nur, die Leute fragen mich dann an, wie technische Probleme zu lösen sind. Es ist nur ein sehr hoher Abstand zwischen meinem geringen Wissen und deinem und Jegos Nichtwissen, was die Technik angeht. Okay, also zurück unserem technischen Sonntagssoziologe, der die technische Verarbeitung von dem, was wir hier abliefen, bietet. Und heute dabei Klaus Kusanowski, der selbsternannte soziologische Scharlatan, der uns heute begrüßt, den wir begrüßen. Begrüßt du uns, begrüßt wir uns, ich weiß es nicht, begrüß uns mal. Ja, hallo. 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 Denn wir haben ja in diesem praktisch Audioraum, das ist ja praktisch herrschaftsfrei. Deswegen ist das, das ist ja so eine, das ist ja so eine, irgendwie so eine, so eine Hierarchie, wer wen begrüßt, wer, wer, wer begrüßt, der ist Chef. So ist es doch, oder? Ja. Ja, ich glaube schon in unserem Kulturkreis. Ich hätte aber noch zwei Tagesordnungspunkte. Ja, ich glaube. Zwei kurze. Ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, bin ich gegen den Ersten oder gegen den Zweiten? Du kannst dich entscheiden. Ah, ich bin gegen den, ah, du kannst dich ja jetzt verändern, wenn ich das vorher sage. Ah, das stimmt. Also, der Erste ist zur Getränkerunde. Wir hatten ja festgestellt, beim letzten Mal wissenschaftlich bestätigt bekommen von einem Psychologen, dass wir eine Getränkerunde brauchen in unserem Podcast. Moment mal, er hat nur gesagt, dass er es selber so in diesem Podcast macht. Naja, ich habe das so verstanden, dass das wissenschaftlich abgesichert ist. Was heißt das, eine Getränkerunde? Wir sind ja ein Stammtisch. Dass jeder zum Besten gibt, was er trinkt, weil das, dann fühlen sich die Zuhörer und Hörerinnen so, als säßen sie dabei. Ah. Das denke ich nämlich nicht, dass das so ist. Überzeugt den Klaus nicht so. Doch. Siehst du, doch. Sag mal doch. Ich finde immer noch, die Tatsache, die Getränke zu nennen, was man hat, ist einfach so verschieden von einer originellen Stammtisch-Situation, dass gerade dadurch die Illusion zerstört wird. Aber, aber da muss ich dir jetzt widersprechen. Mir ist nämlich eingefallen, in einer originellen Stammtisch-Originalen Stammtisch-Situation weiß jeder durch hingucken, was der andere trinkt. Ja. Und dadurch wird das Gespräch auf eine gewisse Weise geformt, während bei uns das ja nicht existiert. Deshalb müssen wir das auditiv nachholen. Ja, aber dieses auditive Nachholen ist nicht dasselbe wie das Visuelle. Also, dann schicken wir uns gegenseitig demnächst Bilder, Fotos, Bilder, ja. Und veröffentlichen die auf der Webseite. Okay. Okay. So, und dann Tagesordnungspunkt zwei. Also, wir posten, oder ganz schnell, also ich habe einen Salbei-Tee. Einen grüner Tee. Tee, Tee. Das passt alles nicht zum Stammtisch. Ich habe einmal Mineralwasser und einmal Apfelwein. Oh, ha, siehste. Sehr schön. Mich freut das ja immer, wenn Leute… René, ich darf kurz anmerken, dass wir jedes Mal diese Stammtisch-Runde machen und du jedes Mal zum gleichen Ergebnis kommt, dass das ja gar nicht passend für einen Stammtisch ist, was irgendwie dieses Authentizitäts- und beim Stammtisch-Dabeisein-Argument untergräbt. Tagesordnungspunkt zwei, wenn ich den noch anbringen darf. Okay. Es geht um den Scharlatan. Klaus, du hast ja gesagt, selbsternannter Scharlatan. Ja. Ist das dann eigentlich eine Selbstab- oder Aufwertung, weil wenn man selbsternannter Scharlatan ist, macht man ja gleich die Differenz, das werden wir noch lernen, laut Luhmann, dass man mit der Beobachtung einer Sache gleich die andere irgendwie herbeizaubert, indem man sich davon abtrennt. Und zwar ist ja doch ein Unterschied, ob man selbsternannter Scharlatan ist oder ein fremdernter Scharlatan. Also ich bin neulich in Darmstadt gewesen, auf so einer Hackertagung in Darmstadt rein, meinen Chaos Days. Und da habe ich mit ein paar jungen Leuten da gesprochen, da ging es um Datenschutz und um die Frage, wie man sozusagen lernen kann, mit dieser ganzen Problematik umzugehen, also mit diesem Datenschutz und dadurch, dass das alles nicht klappt und so weiter. Ich habe versucht zu argumentieren, das haben die ganz schwer verstehen können, die jungen Leute. Ich habe versucht zu argumentieren, wenn man zugibt, dass man ratlos ist, wenn man zugibt, dass man selber nicht weiter weiß und wenn man das für den wahrscheinlichsten, gesellschaftlich für den wahrscheinlichsten Fall hält. Das heißt also, dass wenn wir uns gegenseitig darüber informieren können oder könnten, dass man schlecht informiert ist, dass man ratlos ist, dass man einfach nicht weiter weiß, dass man also, wenn man auf Nichtwissen umstellt, in dem Augenblick kann man sich relativ gut abschirmen und relativ gut immunisieren gegen solche Scharlatane, die daherkommen und sagen, ich weiß aber genau, was du haben willst. Warum? Man muss sich ja fragen, woher wissen die das eigentlich so genau? Diese Experten, die kommen und sagen, ich weiß genau, was hier geschehen muss, ich weiß genau, was richtig und was falsch ist, ich kenne die vernünftigen Konzepte und, 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 und. Alle anderen sind ratlos, aber nur einer, der weiß es genau. Und dann würde ich sagen, in dem Augenblick, wo man zugibt, dass man ratlos ist, wo man hilflos ist oder wo man erstmal nicht genau alles weiß, ist man relativ gut immun gegen so eine Scharlatanerie. Und das kann man auch umkehren, indem ich dann andersherum sage, ich stelle mich nicht als Experte vor, ich bin nicht einer, der sich auskennt, ich bin einer, der Bescheid weiß, sondern ich sage, ich bin einfach ein selbsternannter Scharlatan. Damit immunisiere ich mich gegen die Kritik, die dann sagt, ja, wie Klaus Kosenowski, du redest, du bist Zeug. Dann würde ich sagen, ja klar, warum auch nicht? Also wir dürfen ja nun einfach reden. Und, verstehst du, das ist im Grunde genommen diesen Witz, den auch der Thilo Jung macht, mit seinem Jung und Naiv. Er immunisiert sich einfach dadurch Kritik, indem er sagt, ich bin jung und naiv. Und wenn man eben jetzt, kann man eben alles Mögliche kritisieren, aber nicht mal, dass das naiv ist. Verstehst du, was ich meine? Und so mache ich das mit diesem selbsternannten Scharlatan auch. Also, weil die Kritik ja irgendwann auch anfängt, dumm zu werden, weil es im Prinzip möglich ist, alles und jedes zu jedem Zeitpunkt zu kritisieren. Und in dem Augenblick fängt das an, dumm zu werden und man immunisiert sich, indem ich sage, okay, ich lasse jede Kritik zu, damit auch die Kritik, dass ich ein Scharlatan bin, dass ich dummes Zeug rede. Und dann kann ich genau darauf schon reagieren und sage, ich bin ein selbsternannter Scharlatan und damit kann man die Kritik töten. Aber ich überlege gerade, weil das, es ist doch aber irgendwie so, dass egal was, also wenn wir auch mit Wissen und wir deklarieren uns jetzt selber irgendwie als Menschen, die es gar nicht genau wissen, die eigentlich halt so ihre Einschätzungen grob geben und so weiter. Klar sind wir damit denn gegen die Kritik immunisiert, aber es ist doch so, dass je nachdem, in welcher Stellung wir sind, was wir sagen und wie wir handeln, konkrete Auswirkungen hat. Das ist ja die Frage. Genau das ist eben die Frage. Das ist eben, wenn das ja immer so wäre, also zunächst, das ist eben ganz genau die Frage, Kritik funktioniert, konnte ja deshalb so interessant und so relevant und so erfolgreich werden, eben weil die Kritik Folgen hatte, weil es schwer war, also es war schwer, überhaupt Kritik zu äußern. Es war überhaupt schon schwer, sozusagen sie vorzutragen, weil man es in der Vergangenheit mit Autoritäten zu tun hatte, weil man es mit Hierarchien zu tun hatte, weil man es eben nicht mit Demokratie zu tun hatte, weil man es nicht mit Handlungsfreiheit zu tun hatte, so wie wir das kennen und dann ist das schwer und dann hat sie Folgen. Wenn aber genau diese Hürden weggeräumt sind, wenn wir eben nicht mehr autoritätsgläubig sind, wenn wir Rederecht nicht nur haben, sondern davon auch Gebrauch machen können, wenn jeder jeden ansprechen kann und sich jeder für jeden ansprechbar macht und wenn jeder nicht nur sozusagen sich selbst anstrengt, seine Handlungskompetenz zu verbessern, sondern wenn man zulässt, dass alle anderen das auch tun und wenn man andere auch reden lässt und wenn man ja das Gespräch sogar sucht, dann fängt Kritik an, dumm zu werden, weil es zu einfach geht. Und Kritik ist nur dann interessant, wenn es schwer geht, wenn sie Hindernisse hat und wenn sie Hürden zu überwinden hat. Und diese Hürden kennen wir so nicht mehr. Und wenn wir trotzdem weitermachen mit Kritik, dann landen wir irgendwann in der Dummheit. Und deshalb schlage ich vor, die Kritik dadurch zu töten, indem man sagt, also ich gebe einfach zu, dass ich ein selbst einander Scharlatan bin und wenn du anderer Meinung bist, dann bist du halt anderer Meinung. Aber was spielt das noch für eine Rolle? Da schließen wir direkt an, an unsere Folge, die wir mal hatten über Autorität. Das ist ein interessanter Punkt, den wir da gar nicht so... Du bist ja Trollforscher auch. Ja, aus diesem Grunde. Und hast dazu YouTube-Videos, können sich die Hörer und Hörerinnen ja mal angucken. Verlinke ich auf der Webseite www.so-wie-stammtisch.de zu deinem Kanal. Da machst du Vorträge über die Trollforscher. Genau, ich werde damit im nächsten Jahr aufhören, weil ich merke, jetzt habe ich eigentlich vieles dazu gesagt und ich merke, dass das... Ich muss jetzt erstmal... Weil ich merke, das bringt eigentlich erstmal nichts mehr. Die... 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 Die Trolle werden nicht... Sowieso nicht. Die sind ja auch nicht die, über die... Also die finde ich ja eigentlich auch gar nicht. Ich finde das ja eigentlich sehr interessant. Die hören nie auf, diese Trollerei, sondern ich finde, mir fällt nichts mehr ein, was ich dazu noch sagen soll. Okay, bei dir... Also wenn das ein Kriterium ist, zu schweigen... Nee, ich... Das einem nichts mehr einfällt. Ich würde, bevor wir jetzt nämlich einen neuen Themenpunkt anschneiden mit Trollforschung und so weiter, würde ich jetzt gerne... Weil das erinnert mich auch sehr stark an das, was wir über Autorität... Und ich weiß noch, wir hatten... Wir hatten da zum Schluss, ähm... Als wir über... Über Autorität gesprochen hatten, dieses, ähm... Problematische Verhältnis von... Von, ähm... Der Verlagerung des Diskurses oder der... Der... Das... 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 Aufeinanderprallen von Meinungen in dem Bereich, sage ich mal, der persönlichen Disposition, die dann per se der Kritik entzogen sind, ähm... Weil sie irgendwie in dem Bereich des, ja, das kann man so, das kann man so und diese ganzen Sprüche, die dann dazu kommen, aber, ähm... Weil was... Was mich so ein bisschen, ähm... Was... Was mir da so ein bisschen, äh... Was mich da ein bisschen stört, ist dieses... Also die... Die... Ein... Ein... Also ein Position... Eine Position nimmt ja... Nimmt... Nimmt man ja ein. Jedenfalls, äh... Im Moment der konkreten Handlung als Grundlage dieser Handlung ist ja eine Position irgendwie eingenommen. Und diese dann der Kritik zu entziehen, äh... Entziehen, dass man sagt, ja, klar, ich hätte jetzt auch, ähm... Anders handeln können. Und, ähm... Aber so sehe ich die Welt nun mal. Das ist zwar vielleicht gar nicht richtig, diese Welt so zu sehen. Das können Menschen anders sehen. Aber die konkreten Aus... Also die... die, äh... Die... Das auseinandersetzen mit der... Mit der Wirkung von... Von Positionen und so weiter ist damit auch der Kritik entzogen. Ähm... Und... Ja, und was heißt? Naja, dass gerade dadurch werden... Also gerade dadurch werden irgendwie irgendwelche, äh... Und wenn man so will, Machtstrukturen ja noch viel unhinterfragbarer und viel weniger angreifbar, dadurch... Nein, das ist ein Irrtum. Das ist genau der Irrtum. Genau das ist der Irrtum. Äh... Das ist... Versuch anders herum zu denken. Wodurch sind denn... Denken wir mal... Denken wir gerade mal an die Staatsmacht, äh... Wenn wir nur mal die als Beispiel wählen, war... Die ist ja... Die ist ja nun wirklich monströs geworden. Also das wurden... Die Monstrosität der Staatsmacht kannst du... Äh... Wurde spätestens in dem Augenblick erkennbar, wo die Atombombe gebraucht wurde. Die... Also Staatsmacht, die eine solche große Macht hat, die... Ähm... Äh... Die... Die ja... Ähm... Die... Die dazu in der Lage ist, also ein... Ein Vernichtungspotenzial anzuhäufen, das geeignet ist, alles menschliche Leben auf der Welt zu... Zu vernichten. Das ist nicht durch einen Mangel an Kritik entstanden, sondern aufgrund von Kritik. Die Kritik war sozusagen der... Die Kritik ist sozusagen... Äh... Der... 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 Das Steigerungsgeschehen, dass... Die Kritik hat immer mehr dafür gesorgt, dass die... Dass die Staatsgewalt sozusagen immer... Immer... Ähm... Immer gewalttätiger wurde, weil es immer besser gelernt wurde, auf Kritik mit Kritik zu reagieren, auf Störungen mit Störungen zu reagieren. Äh... Und dadurch hat sich... Ähm... Äh... Dadurch ist sozusagen... Die... Die hat... Da haben diese Machtapparate... Das... Dazu zählen natürlich die Staaten, aber dazu zählen auch die Konzerne. Die sind immer... Die sind immer... Gewalt... Die sind immer monströser geworden. Ähm... Kritik ist entstanden als ein Recht auf Störung. Das Recht heißt... Äh... Äh... Einerseits das Recht auf Störung und andererseits die Bereitschaft, sich dieser Störung auszusetzen. Also diese Störung nicht mehr zu unterbinden oder zu verbieten, wie das ja in der alten Gesellschaft der Fall war. Da hattest du... Da gab's Autoritäten, da gab's Traditionen, da gab's Wahrheiten, da hattest du dich zu fügen. Äh... Äh... Und ein Recht auf Störung gab's nicht. Äh... Äh... Oder wurde eben Problem... Oder wurde eben versucht eben zu vermeiden. Die moderne Gesellschaft hat jetzt gesagt, ein Recht auf Störung ist zulässig. Dazu zählt die Redefreiheit. Dazu zählen die ganzen bürgerlichen Freiheiten, die wir kennen. Äh... Und vor allen Dingen... Ähm... Dazu zählt aber auch ein Recht auf Störung ist ja auch die... die Gewerbefreiheit und so etwas. Also Wirtschaftsbetriebe und auf der anderen Seite eben die Bereitschaft, das findest du dann ja schon bei... Bei Descartes findest du das ja schon, die Bereitschaft, sich dieser Störung also auszusetzen und zu sagen, ich lass das zu. Und auf diesem Wege, äh... Die Selbstschikanierung der... der... der Wahrnehmungsfähigkeit und damit sozusagen eine selbst auferlegte... Eine selbst auferlegte Schikanierung der Bewusstseinsfähigkeit hinzunehmen und an dieser Schwierigkeit wiederum die Differenzierung sowohl des Bewusstseins natürlich vorzunehmen. Also das heißt der Bewusstseinsfähigkeit und damit auch die Differenzierung der Urteilsfähigkeit. Und das ging unter der Voraussetzung, dass auf der anderen Seite dieser Möglichkeit soziale Differenzierung stattgefunden hat, die sich daran orientiert hat. Und so ist ein Steigerungszusammenhang passiert, dass Kritik auf Kritik geäußert wurde, zustande gekommen, dass Störung auf Störung zustande gekommen, mit dem Ergebnis, dass diese sozialen Systeme, in dem Fall die Organisationssysteme, dass sie immer mächtiger wurden, immer größer geworden sind und immer monströser geworden sind. Und jetzt sind wir in einer Situation, dass diese Monstrosität beinah nicht mehr gesteigert werden kann. Und jetzt stellen wir uns die Frage, was sollen wir denn machen? Und die Antwort lautet, am besten ist, wir machen weiter mit der Kritik. Und dann würde ich sagen, nö, jetzt geht es nicht mehr. Spätestens jetzt, spätestens jetzt können wir, wenn wir alle nicht nur reden und nicht nur schreiben, sondern auch publizieren, und wir tun es ja, spätestens jetzt, wo wir uns alle füreinander ansprechbar machen, bei Twitter und bei Facebook tun wir es, wo wir alle publizieren können, wo wir ja nicht einmal, wo wir selbst die Hürden für die Aufnahme des Gesprächs enorm absenken, dass wir zum Beispiel schon nicht mehr wissen, wie wir eigentlich heißen, dass wir nicht mehr wissen wollen, hast du gedient, glaubst du an Gott, bist du evangelisch, katholisch, bist du verheiratet, hast du vielleicht uneheliche Kinder, warst du vielleicht früher mal kriminell, das wollen wir alles gar nicht mehr wissen. Wir senken diese Vorbedingungen an das Gespräch, die senken wir ab, und wenn unter diesen Bedingungen die Kritik weitergehen soll, dann landen wir im Gefängnis selbstgemachter Dummheit. Und dann schlage ich vor, Kritik ist dann schwierig gewesen und intelligent gewesen, als sie schwer war, und jetzt ist sie es nicht mehr. Und jetzt müssen wir uns eine andere Schwierigkeit suchen, und ich reagiere dann eben darauf, dass ich sage, ich bin ein selbsternannter Scharlatan, und jetzt bitte schön deine Kritik dazu. Und dann würde ich so sagen, schon merkst du, das lässt du es, weil irgendwann hat es ja nun auch irgendwann auch keinen Sinn mehr. Also Kritik ist heute folgenlos. Kritik ist heute deshalb folgenlos, nicht nur, weil jeder davon Gebrauch macht, Gebrauch machen darf, und weil wir uns dieses Recht gegenseitig zugestehen, und wir haben auch die verbindliche Möglichkeit, sie zu äußern. Also die verbindliche Möglichkeit heißt, Publikation für jeden Menschen auf der Welt. Also jeder Mensch auf der Welt hat jetzt verbindlich die Möglichkeit, von Presse- und Meinungsfreiheit Gebrauch zu machen. Also das ist nicht nur ein Versprechen, das immer wieder erneuert werden muss, weil es ständig gescheitert ist, sondern jetzt ist dieses Versprechen erfüllt. Jetzt kann es jeder. Und jetzt stellen wir fest... Es gibt keine Atomkriege mehr. Was denn? Dafür gibt es dann keine Atomkriege mehr. Das ist jetzt eine andere Frage. Zunächst ist jetzt das Versprechen auf Meinungs- und Redefreiheit. Dieses Versprechen ist vollständig erfüllt. Verstehst du? Es ist vollständig erfüllt. Und zwar für alle Menschen auf der Welt. Und nicht nur für... Das können bald auch schon Kinder und bald auch schon Analphabeten und vielleicht auch bald schon Tiere und Computer. Also die auch noch Redefreiheit Gebrauch machen können. Und spätestens jetzt sind die Hürden gefallen, die immer wieder aufgetürmt wurden, um die Kritik dennoch immer wieder zu erschweren. Sie ist nicht mehr schwer. Und jetzt schlage ich vor, suchen wir uns ein neues Problem. Und genau das wiederum ist schwer, denn du könntest mich ja mal fragen, was sich denn ein geeignetes Problem finde. Und dann würde ich erst mal sagen, ich weiß es nicht so genau. Ich müsste dann erst mal schweigen oder sagen, naja gut, so genau. Woher soll ich das so genau wissen? Ich bin ja kein... Wir müssten uns, denke ich mal, wenn wir nach neuen Problemen suchen, Sachen suchen, die also im Sozialkonstruktivismus, denke ich, suchen. Und zwar Sachen, die wir für selbstverständlich halten alle. Gucken, ob man die nicht kritisieren kann. Wie zum Beispiel Gender oder so. Was kannst du kritisieren? Das ist doch genau das, was passiert da in Berlin, da mit diesem Gender-Wahn, diese ganzen Diskussionen. Das wird doch passiert. Das wird kritisiert. Dann stößt Kritik auf Kritik und dann reden alle durcheinander und alle quasseln dummes Zeug. Und dann am Ende zählt nur noch, wer hat welche Forschungsgelder abgegriffen, wer hat welche Stellen besetzt und wer tritt wen über den Arsch. Und am Ende ist es eigentlich auch egal. Es geht sowieso weiter wie bisher, weil die Kritik dumm geworden ist. Also beziehungsweise die Struktur ist trivial geworden, die Kritik ermutigt. Die ist trivial geworden, in dem Augenblick, wo jeder an Kritik sich beteiligt und jeder es zulässt, dass andere es auch tun. Ja, aber ich glaube, das ist ja im Prinzip, was du machst, das ist ja eine Kritik der Kritik, wenn man so will. Die irgendwie die Dysfunktionalität von Kritik analysieren und dann sagen, wir brauchen ein neues Instrument. Wir müssen uns neuen Problemen dann ja auch irgendwie in einer neuen Art und Weise zuwenden. Ich wollte aber, dass das vielleicht anders aufgreifen, das Problem. Denn also ich vermute in Anschluss an dieses Autoritätsding, dass, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es so eine Art Trivialisierung der Kritik gibt, aber sie auch gerade daraus folgt, dass, naja, es gibt die Welt der Fakten. Es gibt die Welt der Fakten. Also im Sinne von Fakt ist das, was als Fakt bezeichnet wird. Und es gibt dann die Welt der Meinung, des Gedachten, des Glaubten und so weiter. Und ganz, und die Welt der Fakten, die ist ja sowieso nicht, also die ist sowieso nicht zu kritisieren. Das ist ja, also das ergibt sich ja aus dem, aus diesem, aus diesem Begriff des Faktums selber. Also ein Fakt zu kritisieren, das kann man halt machen, ist halt nur albern. Und dieses, und das ganze andere, das ist in dem Bereich der Meinung so. Und da kann man dann akzeptieren, es dann akzeptiert ja, der eine findet es gut, die andere findet das weniger gut so. Aber das, das geht halt offensichtlich beide so. Und gerade dadurch, durch diese, durch diese Verschiebung des, irgendwie des, 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 des kritischen Denkens in den, in den Bereich, in den Bereich des, des, der, wie soll ich das nennen, in den Bereich der Beliebigkeit so, ist die Kritik auch zahnlos geworden. Weil es reicht ja, also das ist die Wirkung zurück, eben, weil die Schranken, weil die Schranken im Prinzip nicht mehr vorhanden sind. Es reicht ja, etwas nicht gut zu finden. Und man kann dann glauben, das wäre eine Kritik gewesen, die Tatsache, dass man irgendetwas nicht gut findet. Und das ist es, und das denke ich, ist es eben nicht, sondern die Kritik verlangt ja, verlangt ja, verlangt ja, verlangt ja das, verlangt ja die Begründung so. Ja, aber das ist, das ist doch nicht mehr das Problem. Versuchen wir mal was anderes. Versuchen wir doch mal vorzu, versuchen wir uns mal vorzustellen. Wie, also, die, also, für uns ist das relativ einfach. Also, damit will ich nicht sagen, du kannst alles und jedes ganz, ganz schnell begründen. Das kannst du nicht. Aber für uns ist es doch relativ einfach, für alles und jedes Gründe zu finden. Eine andere Frage ist, ob sie zutreffend sind. Das ist eine ganz andere. Aber zunächst, Gründe finden, Vermutungen anstellen und vor allen Dingen, für uns ist es auch ganz relativ einfach und auch recht ohne Probleme möglich, also auch jemanden zu finden, mit dem man darüber reden kann. Also, das heißt, den Mut, also, also, diesen Mut zu sprechen und nicht nur mit bekannten Leuten, die man so kennt, sondern auch mit unbekannten Leuten, die man noch nicht so gut kennt. Wir machen das relativ schnell und wir denken uns da auch nicht viel. Das kommt daher, weil das in einem gesellschaftlichen Zusammenhang geübt ist, geübt wurde. Das kannst du deshalb so gut, nicht weil du so klug bist, sondern weil alle anderen an dieser Übung ebenfalls beteiligt sind und diese Struktur sich daraufhin entwickelt hat. Versuch dir mal vorzustellen, dass das vor 200, vor 300 Jahren eben nicht so einfach gewesen ist. Versuch dir vorzustellen, dass es nicht so einfach war, sich über irgendetwas eine Meinung zu bilden. Du kannst das wunderbar sehen, wenn du René Descartes liest. René Descartes, da kannst du sehen, wie er, wie er sagt, wie er genau mühevoll erklärt, nicht wahr, wie, wie, die, wie man, wie man, wie man denkerisch Probleme löst. Er schreibt es auf, er sagt, nehm ein Problem, zergliedere es in alle ihre, in alle seine Teile und dann arbeite dich an jedem einzelnen Teil ab und prüfe genau, ob du auch nichts vergessen hast. Für uns ist so etwas, einem Kind in der Schule zu erklären, aber da war das, weil er das ausführlich schreibt in seinen Meditationen, das war schwer. Wir das heute lesen sagen, na klar, das kann heute jeder, ein Schulkind kann das heute. Du kannst es einem Schulkind von zehn Jahren ohne weiteres erklären. Aber im 17. Jahrhundert war das schwer und nicht leicht. Da war das schwer, sich über Meteorologie Gedanken zu machen oder sich über Medizin Gedanken zu machen. Also auf so eine Idee zu kommen, dass es zum Beispiel so etwas wie Blutkreislauf gibt oder so. Wie soll man sich das erklären können und all diese Dinge oder dass diese Erde sich um die Sonne dreht? Wie soll man sich das erklären können? Also wenn es keine Theorie für, keine Erklärung für Schwerkraft gibt, wenn es keine Erklärung für Trägheit gibt, so etwas anzunehmen ist schwer und nicht leicht. Und überhaupt das sprechen können mit irgendwelchen Menschen. Also versucht dir auch mal vorzustellen, wir haben Bücher massenweise, wir haben Radio, wir haben Fernsehen, wir kennen ganz viele Themen. Wir haben eine ganze alphabetisierte Bevölkerung. Also jeder Mensch ist alphabetisiert und nicht etwa nur in der Minderheit, sondern jeder Mensch. Für uns ist es sehr leicht, Themen zu finden oder Gesprächspartner zu finden. Und dann ist es auch sehr leicht, uns anzusprechen. Vor 200 Jahren, 300 Jahren war das nicht so einfach. Und vor allen Dingen auch, wir können auch sehr schnell über verschiedene Dinge sprechen. Du kannst in der einen Minute über Literatur sprechen und schon in der nächsten Minute dumme Witze machen und dann reden wir über Medizin und dann vielleicht über Fußball. Vor 200 Jahren ging das nicht so ohne weiteres. Also du musst dir das wirklich vorstellen, dass wir diese Übungen, das ist ein Übungssystem, dass wir durchlaufen, dass die Gesellschaft durchläuft und das Strukturen entwickelt. Und diese Strukturen sind immer elastischer geworden und haben sich immer weiter differenziert. So weit differenziert, dass wir heute sagen können, die Kritik hat keine geeigneten Widerstände mehr, durch die die Kritik stimuliert oder auch, sagen wir, intelligent gemacht werden könnte. Du kannst das sehen bei Quantenphysikern, die versuchen sich über Quantenwelt zu unterhalten. Die haben genau dasselbe Problem inzwischen, die Physiker, dass man den Soziologen immer, worüber man die Soziologen immer ausgelacht hat, das ist ein Laberfach geworden. Soziologie labert nur. Die Physiker machen das inzwischen auch. Die haben auch Sprechschwierigkeiten über das, worüber sie da reden. Also das fing an ein Laberfach zu werden, weil nämlich mit der Materie, mit der sie sich da befassen, diese Quantenwelt, weil da eben Sinnzusammenhänge gefunden werden müssen, die sie so nicht geübt haben. Also sie haben so das Diskutieren über diese Dinge so nicht geübt, diese Physiker, weshalb sie Laberschwierigkeiten haben. Die haben die Soziologen so nicht. Ja, aber du siehst, aber auch die Physik ist jetzt inzwischen ein Laberfach geworden. Und daran können wir erkennen, es ist einfacher geworden, über alles, jedes mit allen möglichen Leuten zu reden. Und diese Strukturdetermination ist natürlich so hart, dass sie sagt, egal, egal, wir machen immer weiter. Und das nenne ich ein Recht auf Indifferenz. Wir haben ein Recht auf Indifferenz, von dem wir ganz leicht Gebrauch machen können. Und dann zu sagen, das interessiert mich nicht oder es geht mich nichts an oder ich mache einfach weiter mit dem, was wir schon immer gemacht haben und ich rechtfertige und ich verteidige sozusagen die Struktur. Aber das wiederum ist wirklich keine große Kunst mehr. Richtig schwierig ist was anderes, sie zu ersetzen. Ja, aber Schwierigkeit ist doch kein, also das ist doch kein, sag ich mal, ist doch kein Kriterium, ob jetzt Kritik sinnvoll ist oder eben nicht. Wie schwer hat sie zu machen? Ganz genau, sonst nicht. Doch, es ist schwer. Wir hatten es bei Immanuel Kant, warum sind die Menschen unmündig? Weil es so unglaublich schwer ist, so hat der Kant das geschrieben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist so unglaublich schwer, hat er gesagt, dass die meisten Menschen es eben nicht tun. Und das war auch schwer. Also es ist nicht etwa so, dass der Kant sich geirrt hat, als er gesagt hat, habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Denn den Mut hatten die Menschen tatsächlich auch nicht. Woher sollten sie ihn haben, wenn du es nicht geübt hast? Wir können diese leibseelische Erfahrung, den Mut zu haben, sich seines Verstandes zu bedienen. Die können wir so nicht mehr nachvollziehen, weil wir diese Schwierigkeiten nicht mehr haben. Wir können immer schon reden. Hör doch mal zehnjährige, zwölfjährige Kinder reden, wie die reden. Die reden manchmal wie Erwachsene. Also wir haben diese Schwierigkeit nicht mehr, sich des eigenen Verstandes zu bedienen, um das einfach zu sagen, jeder Eckenpisser tut das. Egal wie die Ergebnisse zunächst lauten. Wir können ja nicht einfach sagen, ich bin der Einzige, der das auf richtige Weise tut. Das geht ja in der modernen Gesellschaft nicht mehr, sondern es ist einfach geworden, sich seines Verstandes zu bedienen, weil die Struktur sozusagen immer voraussetzungsreicher und immer differenzierter und uns immer mehr Möglichkeiten angeliefert hat, um es eben zu tun. Dazu möchte ich was sagen, aber René wollte gerade noch was sagen. Nein, ich wollte nur den Hörerinnen und Hörern sagen, was heute das Thema ist. Weil wir sind zwar mittendrin, aber nicht explizit. Aber das kannst du ja auch übernehmen, nachdem du deine Kritik geäußert hast. Deine Folgenlose. Die Kritik, der Kritik, der Kritik. Genau. Und vielleicht sind wir mit diesem Kritik, der Kritik, der Kritik auch schon direkt bei der Sache. Denn Kritik ist ja, wenn man so will, eine spezielle Form der Beobachtung. Die Kritik, der Kritik ist dann eine Form, diese Form der Beobachtung sich selbst auszusetzen, um dann nochmal das alles wieder hineinzuwerfen in das gleiche Prozedere, die Kritik, der Kritik, der Kritik. Aber an diesem Diskurs lässt sich ja eigentlich auch schon etwas ablesen. Das Spielchen kann man ja mal weiter treiben. Klaus, du hattest ja jetzt … Du willst nicht zum Thema kommen. Das war jetzt … Ach so, ja. Dass wir nicht zum Thema kommen, ist folgenlos geblieben. Womit ich die These von Klaus verifiziert sehe. Ja, aber du beharrst da drauf. Deswegen, wir sprechen, wenn ich richtig informiert bin, sprechen wir ein wenig über Systemtheorie. Und wir haben das jetzt einfach … Wir haben das ja jetzt praktisch schon zur Grundlage, also zur nicht weiter erwähnten Grundlage des Gesprächs gemacht. Und jetzt ist sie damit expliziert. Naja, ob ich da so zufrieden bin mit dir eigentlich. Also der Klaus und ich, wir hatten uns ja im Soundcheck vorher mal kurz unterhalten und ich hatte ja den Klaus gebeten, ob er nicht mehr vorbeikommen könnte, am Stammtisch uns die Systemtheorie zu erklären. Weil ich ja, ich vielleicht mehr als Thomas, so meine Probleme mit der Systemtheorie, aber so mit dem Zugang, sagen wir so. Und der Klaus sagte, nö, das ist doof, das zu erklären. Und du wolltest viel lieber erklären, warum man sich damit beschäftigen sollte. Ja, also tatsächlich ist es so, weil ich würde sagen, also zunächst, selbst die Theorie kann man nicht in einer Stunde erklären. Das auf jeden Fall. Du kannst es auch nicht in einem Buch erklären. Das geht auch nicht. Erstens. Zweitens, es gibt schon ganz viele Bücher darüber, die eine Einführung in die Systemtheorie liefert, also die liefern dir eine Erklärung dafür, wie das funktioniert. Da gibt es ganz viele Bücher. Das Interessante ist, wenn du diese Bücher liest, dann bist du auch nicht viel klüger. Und vor allen Dingen gibt es natürlich auch Wikipedia-Artikel schon allerlei, sodass, wenn du keine Lust hast, eigentlich dich damit zu befassen, hast du gute Möglichkeiten, es zu tun, indem du einfach so einen Wikipedia-Artikel liest oder so. Nein, ich würde deshalb nicht sagen, weil ich sage, ich finde Systemtheorie sehr wichtig, sehr interessant. Gerade die Luhmannsche, ich halte die für sensationell. Aber es reicht nicht. Es reicht nicht, das einfach zu behaupten. Und es reicht nicht einfach, wie das an den Universitäten geschieht, dass der Redner sich einfach nur von seiner eigenen Begeisterung überzeugt und sagt, jetzt erkläre ich euch mal die Systemtheorie, sondern warum eigentlich. Und, das heißt dann auch andersherum, gibt es auch Gründe, das nicht zu tun. Und die gibt es auch. Die kann man ja auch nennen. Und darüber würde ich viel mehr reden, weil es hat keinen Sinn, über Dinge, die schon tausendmal gesagt wurden, noch einmal zu reden. Man kann sich, wenn man die Bücher von Luhmann nicht lesen will, Videofilme anschauen, man kann sich Vorträge anschauen, man kann, was weiß ich, ich bin nicht der Nachhilfelehrer dieser Professoren an den Universitäten, das sollen die Professoren an den Universitäten machen. Es würde aber unsere Auflagen hier vom Sophie-Stammtisch unsere Download-Zahlen steigern, wenn du den Professoren Nachhilfe geben könntest. Das mache ich nicht, sondern ich würde eher etwas tun, worüber die Professoren nicht reden. Also genau darüber würde ich reden. Ich würde nicht genau dasselbe sagen, was schon gesagt wurde, sondern das, worüber die Professoren nicht reden, nicht so gerne reden und auch nicht reden können und auch nicht reden wollen. Darüber würde ich gerne reden. Also ich kündige schon mal an, dass ich hier und da die absoluten Verständigkeitsschwierigkeiten haben, ja, Verständigkeitsschwierigkeiten fängt schon an, Verständnisschwierigkeiten haben werde, weil ich überhaupt nicht aus der Tradition komme. Und wir haben schon festgestellt, dass Thomas vielmehr in der Theorie verhaftet ist und ich komme vielmehr aus der Empirie und da können wir uns ja später nochmal vielleicht drüber unterhalten, dass da der Zugang, ja, doch vielleicht ein schwierigerer ist als bei manchen anderen Theorien. Also der Gradmesser des Verständnisses soll bitte heute Thomas sein. Und wenn ich die Sachen hier nicht verstehe, ist das egal. Das hat nichts zu sagen. Was ich interessant fand, was du gerade gesagt hast, dass das ja, also wir jetzt halt eben nicht das machen, wir setzen die Theorie als wichtig voraus, als lernenswert, wenn man das so will, sondern sprechen jetzt darüber, warum man sich für das halten kann oder eben auch nicht. Das untergräbt ja auch. Also warum Professor, Professorin halt sowas nicht tun oder erwartbar sowas nicht tun, ist ja vielleicht auch, weil so ein Herangehen untergräbt ja die Autorität. Weil Autorität lebt doch irgendwie davon, dass das, was gemacht wird, nicht weiterer Begründung bedarf, sondern eben durch die Autorität genug begründet ist. Ja, das sind eben genau diese Inkommunikabilitäten, die sich eben in der Wissenschaft angehäuft haben. Es gibt ganz viele Dinge, über die man in der Wissenschaft gar nicht mehr reden kann. Insbesondere, glaube ich, zu sagen, meine ich sagen zu können, dass man in der Wissenschaft über alles Mögliche reden kann, aber fast nicht mehr über Wissenschaft selbst. Einfach deshalb, weil es am Ende doch alles egal geworden ist. Ich habe das mal erlebt im Studium, da war ich also wirklich schockiert. Da ging es um ein Thema, das war ein Fach Ethnologie. Da ging es mal in einer Diskussionsrunde darum, dass ein Professor dann darüber redete, dass er von seinen Kollegen irgendwie falsch verstanden wird und dass da irgendwelche, was weiß ich, da ging es dann um irgendwelche Mittelzuweisungen, bla bla bla. Und dann redete er, und dann kam er zu dem Punkt, an dem er sagte, na ja sicher, das hängt eben damit zusammen, dass ich ein anderes Wissenschaftsverständnis habe. Und zu dem habe ich ihm geduldig zugehört und dann habe ich ihn mal gefragt, ja sagen Sie mal, welches haben Sie denn? Also, ja welches haben Sie denn? Da guckte er mich an, als wenn ich, und alle guckten peinlich weg. Also ich war ja immer sehr redselig, als Student, also ich habe ja einfach mal eben so gesagt, was ich denke, und alle guckten betreten beiseite und er guckte mich an, als hätte ich ihn beleidigt. Und er guckte mich, also guckte mich einfach an, sagte kein Wort und wartete nur darauf, dass andere dann das Wort ergriffen haben. Der hat also mir schlicht nichts dazu gesagt. Also er konnte das überhaupt, er konnte nur noch behaupten, also ich habe ein anderes Wissenschaftsverständnis, aber welches er hat, und vor allen Dingen, der wusste auch, wer ich war, also ich bin ja auch in seine Vorlesung gegangen, der hat in allen seinen Vorlesungen, alles mögliche erzählt, aber nichts über sein Wissenschaftsverständnis. Darüber konnte er überhaupt nicht reden. Er konnte nur sagen, ja, ich habe ein anderes. Das konnte er noch sagen. Aber welches er hat, und was sein Wissenschaftsverständnis von allen anderen unterscheidet, das konnte er überhaupt nicht mitteilen, das war nicht mehr kommunikabel. Also sprich im Sinne von, es war einfach selbstverständlich, weil es eben, weil nämlich, so hatte ich den Eindruck, die Voraussetzungen dafür, sowohl für ihn, also für diesen Professor, als auch für alle anderen, einfach egal waren. Ein Recht auf Indifferenz, nämlich die wissenschaftliche Freiheit, die darin besteht, zu sagen, es ist mir egal, was die anderen, oder was die Gesellschaft von dem hält, was ich hier tue. Mir kann das genauso gut egal sein. Und das zieht sich hin über Methodenfragen, das kannst du daran sehen, dass da, sagen wir in der empirischen Soziologie, in der sogenannten empirischen Soziologie, da werden seit Jahrzehnten turnusmäßig, auf jeder Tagung, die immer wieder selben die Routinen durchgearbeitet, am Ende eines Vortrags, wenn es darum geht, irgendwelche empirischen Ergebnisse zu erläutern, zu erklären, oder irgendetwas für wahrzuhalten, am Ende eines jeden Vortrags kommt immer die Einsicht zustande, dass man dieses oder jenes ja doch noch nicht weiß, dass man dieses oder jenes ja doch noch mal befragen müsste, dass man dieses oder jenes ja auch noch mal erforschen könnte, und dann geht alles wieder von vorne los. Also am Ende einer jeden Diskussion lautet immer die Einsicht, die empirische Forschung muss weitergehen. Ja, sonst kommen ja keine Fördergeld. Bei den Archäologen ist es so, wenn sie etwas gefunden haben, dann etwas ausgegraben haben, dann stellen sie, indem sie anfangen, nun ihre Funde zu interpretieren, fest, dass keine Interpretation so gut ist, dass man am Ende sagen kann, hoppla, wir haben etwas gelernt, am Ende heißt es immer nur, wir haben wieder nichts gelernt, also müssen wir weiter graben. Ende. Naja, die Frage ist doch aber, ob es tatsächlich so ist, eine Feststellung, dass es weitergehen muss, oder ob das nur ein Palaver ist. Es ist sozusagen ein autopoetisches System, das sozusagen sich einfach durch sich selber fortsetzt und sozusagen sich indifferent verhält gegen die Bedingungen seiner Möglichkeit. Das ist moderne Wissenschaft. Indifferent verhält gegen die Bedingungen der Möglichkeit, weil sie eben die Wissenschaft die Freiheit hat zu sagen, zu sagen, wir müssen uns damit nicht befassen, wir müssen uns nicht mit der Bedingung der Möglichkeit von Wissenschaft befassen, weil sie nämlich eigenmächtig das Recht hat, zu sagen, die sind im Wesentlichen geklärt. Die Bedingung der Möglichkeit von Wissenschaft ist für die Wissenschaft im Wesentlichen geklärt. Sie nimmt Menschen als diejenigen, die das Wissen produzieren, die das aus sich selber hervorbringen. Sie nennt Menschen dann die Träger dieses Wissen und sie nennt Menschen verantwortlich für ihr Handeln. Und das sind im Wesentlichen die entscheidenden, die von der Wissenschaft aufgefassten Bedingungen der Möglichkeit von Wissenschaft und mehr eigentlich nicht. Und dass sie sich darin irren könnte, das kommt überhaupt nicht in Frage. Man könnte das... Aber was wäre denn jetzt der Irrtum? Am Beispiel des Archäologen, der da was ausbuddelt und sagt, wir müssen noch mehr buddeln. Ja. Dann wäre die Alternative, wir wissen jetzt alles. Nee, darum geht es ja nicht. Wir brauchen nicht mehr... Das ist nicht die Alternative. Die Alternative wäre eine Theorie. Die Alternative wäre ein Problem, das sich aus Theorie ergibt. Das wäre die Alternative. Und nicht, wir wissen alles. Sondern die Alternative wäre zu sagen, wir wissen eigentlich gar nicht so viel und wir können so viel gar nicht wissen, weil uns so lange wir sozusagen uns weigern, Theorie ernst zu nehmen. Gerade die Archäologen beispielsweise, die weigern sich sogar sehr stark, Theorie ernst zu nehmen, weil für sie ist Theorie ein Angstszenario. Deshalb sie eben immer sagen, Theorie machen wir nicht, sondern wir machen unmittelbar empirische Forschung und das nennen die dann Graben und so. Bei empirischen Soziologen ist das so ähnlich, die haben ein anderes Verhältnis, vielleicht ein etwas entspannteres Verhältnis zur Theorie. Aber auch da wird Theorie immer mit Ideologieverdacht besetzt. Also bei den Archäologen ist das sehr stark. Da ist Theorie fast identisch mit Ideologie. Ansatzweise ist das bei den empirischen Soziologen auch so. Ganz hart ist es beispielsweise in der Philologie, da geht das überhaupt nicht. Also Philologen sagen, wir suchen hier irgendwelche letzten Wahrheiten heraus und Theorie gibt es hier gar nicht. Tatsächlich ist Theorie, das ist sozusagen, das ist tatsächlich auch ein Pferdefuß, den sich die Wissenschaft, ein Handicap, dass sich die Wissenschaft, wie sagt man, eingefangen hat, wie sagt man, eingehandelt hat, eingehandelt hat, nachdem sie eben sich ab dem 19. Jahrhundert sich erlauben konnte zu sagen, das Beta-Physik-Problem, das haben wir nicht mehr. Ja, das hat, das ist, das ist witzig, das ist uns glaube ich, ist das nicht, uns jede Folge schon über, über den Weg gelaufen, dieses, dieses Problem, also diese, sag ich mal, dieses, dieses Spannungsverhältnis zwischen Empirie und Theorie. Man könnte ja, das zieht sich durch alle Folgen, das stimmt, das ist der rote Faden unseres Wissenschafts. Man könnte ja sagen, jetzt bitte, und jetzt führe ich auch wieder, wieder die Person ins Feld, die dann immer ins Feld geführt wird, mit Karl Popper, könnte man ja sagen, ja natürlich, weil Verifikation nicht möglich ist, falsifizieren wir immer weiter und jedes Ergebnis ist ja maximal, denn eine Falsifikation von anderen und dann haben wir ja immer noch irgendwelche Annahmen oder bilden neue und die müssen dann auch wieder diesem, diesem Versuch unterzogen werden, sie zu falsifizieren in der Empirie. Wie Harald Lesch sagt, wir irren uns empor. Ja, und der kommt auch jedes Mal im Zusammenhang. Das ist auch schon, das ist auch schon eine Routine. Es gibt das, das Theorie-Empirie, wo dann kommt Karl Popper, dann kommt Harald Lesch. Ja, das stimmt. Ja, aber das ist, aber das ist doch die Rechtfertigung, das ist dann doch die Rechtfertigung für dieses, also das liefert doch die theoretische Rechtfertigung für dieses ganze, für dieses ganze Empirie immer weiter so, weil es ja schon in dieser, in dieser erkenntnistheoretischen Anlage so ausgerechnet ist, dass die Empirie immer weiter gehen muss, weil die Verifikation ist ausgeschlossen und die Falsifikation oder der Versuch des Falsifizierens, das ist das Programm. Ja, das ist eben genau das, was bei Popper kann man genau ablesen, wie Popper sich völlig, fast bedingungslos der Indifferenz gegenüber der Bedingung der Möglichkeit von Wissenschaft aussetzt. Das kannst du bei Popper sehr gut sehen, der eben sozusagen am Ende, sozusagen, wenn er mit seiner Erkenntnistheorie am Ende war und immer noch nicht klären konnte und immer noch nicht sagen konnte, woher denn die Basissätze, die zu falsifizierenden Basissätze kommen und schon gar nicht sagen konnte, woher denn die Hypothesen eigentlich kommen, die man widerlegen soll, wo die denn herkommen und vor allen Dingen, das wusste Popper ja, dass er ja nicht sagen konnte, die Hypothese selber muss nicht wahr sein, das ist ja genau der entscheidende Punkt, denn wenn die ja schon wahr wäre, wäre es ja keine Hypothese mehr. Wo kommen denn die Hypothesen her und wo kommen sie denn her? Darüber hat Popper gesagt, das ist mir egal, wo die herkommen, die kannst du dir im Traum ausgedacht haben, die kannst du dir unter Drogen Einfluss ausgedacht, das spielt überhaupt keine Rolle, du musst nur Ansprüche an Rationalität erfüllen und wenn er dann mit seiner Erkenntnislogik am Ende war und mit seinen Explikationen über Rationalität, indem er nämlich erkannte, dass die Akzeptanz oder die Ablehnung, dass es für die Akzeptanz oder Ablehnung von Thesen oder von Meinungen oder von keine Notwendigkeit gibt und tatsächlich gibt es keine, dann kam er mit Moral. Er hat gesagt, es sei aber eine moralische Verpflichtung zu akzeptieren, dass die Dinge dann eben doch so seien, wie sie sind. Das sei dann die moralische Verpflichtung sozusagen des Wissenschaftlers. Er hat also einfach die Kontingenz, er hat die einfach sozusagen geläugelt. Er hat gesagt, es müsse am Anfang der Wissenschaft oder am Anfang einer jenen Theorie immer irgendwelche Notwendigkeiten und wenn er dann gescheitert war mit der Explikation seiner Notwendigkeiten, hat er einfach von was anderem gesprochen. Darauf hat dann ja Feierabend reagiert. Er hat dann die Kontingenz in Rechnung gestellt, aber was hat Feierabend, woran ist Feierabend dann gescheitert? Er hat dann einen Relativismus behauptet. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, er konnte auch nicht erklären, wie man denn, für ihn war dann der Relativismus das letzte aller, die letzte Möglichkeit, um noch Notwendigkeiten zu erklären, also wie Wissenschaft anfangen könnte. auch Feierabend ist dann daran gescheitert, sozusagen der Relativismus, er hat ihn auch wiederum mit Wahrheit, oder mit Wahrheit, in Anführungszeichen, von Wahrheitssätzen gesetzt, einen erkenntnistheoretischen Relativismus und dann hat er sozusagen auch wieder nur es dabei belassen, als Professor diese Wahrheit zu verkünden und weiter kann man auch nicht. Das ist ja genau der Punkt. Und erst Luhmann, der hat angefangen, darüber anders nachzudenken und das ist der entscheidende. Für Luhmann war die Moral ja der Teufel. Ja, das heißt ja nicht das Böse, sondern der Teufel ist ja, das hat Luhmann ja immer so gesehen, der Teufel ist ja nicht die Figur des Bösen, sondern der Diabolos ist sozusagen der Vertauscher, der Verirrer, der Verwechsler, derjenige, der die Störung einführt, der die Verwirrung und der die Dinge durcheinander würfelt. Das ist der Diabolos. Nicht etwa derjenige, der das Böse in die Welt bringt, sondern derjenige, der den Irrtum produziert. Das ist ja der Punkt. Und insofern ist Moral bei Luhmann dann vom Teufel, weil sie uns eigentlich ständig in die Irre führt. Mit Moral kommen wir, das ist eigentlich bei Luhmann, der sagt nicht, Moral ist böse, das ist ja nicht so, sondern Moral ist ein idealer Weg, um die Verwirrung zu provozieren und auf Dauer zu stellen. Aber ich glaube, der Streit zwischen Habermas und Luhmann ging auch dahin, dass Habermas ihm vorwarf, den moralisch mündig vernunftbegabten Mensch zu ignorieren. Ja, aber das stimmt eben nicht. Genau, das stimmt eben nicht. Genau, im Gegenteil. Also das ist ja genau der Punkt. Aber lass uns mal vielleicht, wenn wir nicht über soziologische Literatur sprechen, lass uns doch mal darüber sprechen, aus welchem Grund gibt es, aus warum gibt es keinen Grund, sich mit Systemtheorie zu befassen. Also ich hätte einen, wenn ich mal einen vorschlagen darf, einen nicht existierenden Grund. Den erschaffe ich ihn jetzt. Oder möchtest du das, Thomas? Erschaffe den Grund, wenn er noch nicht existiert. Nein, also ich habe versucht, mich damit zu beschäftigen im Studium auch und habe auch ein bisschen gelesen und fand es auch sehr interessant. Ich konnte es halt für mich nicht empirisch fruchtbar machen, wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit Bordieu, der näher so etwas Ähnliches erschaffen hat. Nur als kurzes Beispiel, der hat eine soziale Feldtheorie, wo jedes Feld auch nach eigenen Logiken operiert, so wie jedes System auch nach eigenen Logiken operiert. Und alle Akteure kennen in diesem Feld die Regeln, zum Beispiel die Spielregeln im Sport oder so. Und das nennt er die Theorie des Feldes. Und zusätzlich gibt es Regeln, die man nicht explizit kennt. Die kennt der Forscher nicht, die kennen die Leute nicht, die in dem Feld operieren. Und die Empirie schließt direkt da an, dass die sagt, okay, wir gehen ins Feld und wir erforschen die nicht expliziten Regeln, indem wir uns Dokumente angucken, Texte und so weiter und die nach bestimmten Methoden, da gibt es die dokumentarische Methode, zum Beispiel so ein qualitatives Instrument, wo wir uns Texte durchlesen, ohne dass wir Vorannahmen machen, also weitestgehend werden die ausgeschlossen, soweit es geht, und keine Theorien quasi mit reinbringen. Und dort machen wir diese Sachen sichtbar, diese Regeln, nach denen operiert wird in Feldern von Akteuren, von denen die Akteure gar nicht wissen, dass sie danach operieren. Also da geht so die Theorie richtig in die Empirie und da kann man so als Feldforscher sich den Rucksack und den Tropenhelm aufsetzen und direkt reingehen ins Feld. Natürlich geht diese Theorie von Akteuren aus, da weiß ich nicht, wie das, das ist ja bei Luhmann ein bisschen problematischer. So, und ich habe, das ist so eine richtig schöne Theorie, die in die Empirie führt bei Bourdieu. Bei Luhmann und der Systemtheorie, also ich habe es probiert, ich kriege den Zugang nicht und ich habe immer so das Gefühl, das ist so ein bisschen wie, wenn man ins Schlaraffenland will, dann muss man sich ja auch durch Milchreisberge durchbeißen, das muss man dort auch und dann gehört man zu so einer verschworenen Geheimgesellschaft und die einzige Möglichkeit zu verifizieren und zu falsifizieren, das können nur die beurteilen, die in diesem Zirkel drin sind, in dieser Geheimgesellschaft. Und würdet ihr mir zustimmen, dass tatsächlich die Systemtheorie an der Uni so eine Art Geheim-, also so eine Art Grüppchenbildung machen? Das war meine Beobachtung. Also, so ist das nicht. Also, lass uns mal nicht über Systemtheorie sprechen, sondern aus welchem Grund hat es, also warum gibt es keinen Grund, sich damit zu befassen? Aus welchem Grund? Der Grund ist zunächst ein einfacher und ein, sagen wir mindestens zwei, ein einfach zu erklärenden und ein komplizierter zu erklärenden Grund. Der einfach zu erklärende Grund ist das Recht auf Indifferenz. Das heißt, der Wissenschaftler muss sich mit Systemtheorie nicht befassen, weil er sagt, es ist mir egal, was der Luhmann da geschrieben hat. Ich bin Professor oder du als Student kannst das ja nun auch machen, zu sagen, es ist mir egal, was der da schreibt. Ich wähle mir irgendetwas, womit ich zurechtkomme. Also, wenn ich sage, ich komme mit Bourdieu zurecht, übrigens, was nicht stimmt, mit Bourdieu ist teilweise, also teilweise schwieriger als Luhmann zu verstehen. Ja, zu verstehen. Aber ich meine jetzt die Möglichkeit, daraus eine empirische Methode zu haben. Ja, aber zunächst, es gibt ein Recht auf Indifferenz und dieses Recht auf Indifferenz kann man Gebrauch machen. Das Dümmste, was man machen kann, und das findet man an den Universitäten immer wieder, das Dümmste, was es gibt, ist nicht nur von diesem Recht auf Indifferenz Gebrauch zu machen, sondern es auch noch zu rechtfertigen. Das ist das Allerdümmste, was es gibt. Also, sie rechtfertigen auch noch, sie rechtfertigen auch noch, dass ihnen die Dinge, mit denen sie sich, also die ihnen genauso gut egal sein können, sie rechtfertigen sich auch noch dafür, dass sie das tun. Das ist der einfache Grund. Der zweite Grund, weshalb man sich für Systemtheorie nicht zu interessieren braucht, besteht darin, wie man sozusagen individuell auch zusammengeschraubt ist. Also sagen wir, was bei Lacan oder bei Freud und Lacan heißt, die Triebökonomie. Also das heißt, was ist dir eigentlich, wovor hast du Angst, wovor fürchtest du dich, wie lässt du dich, wie hast du die Bereitschaft, dich auf Gesellschaft einzulassen, wie stark sind deine inneren Hemmungen oder deine inneren Freiheiten. Und Luhmann ist es so, mit Luhmann kann man sich nicht befassen, wenn man triebökonomisch auf Sicherheit irgendwie programmiert ist, wenn man auf Klarheiten programmiert ist, wenn man auf irgendwelche Lebensgewissheiten aus ist. Also dann kann man damit nichts anfangen. Also Luhmann ist für all diejenigen nicht geeignet, die sagen, ich will klare Sätze verstehen, ich will klare Anweisungen bekommen, ich will also am Anfang jedes Nachdenkens immer irgendwelche Klarheiten haben, seien es klare Definitionen, seien es klare Begriffe. Klare Falsifizierung. Das auch immer, wer also irgendwie auf Sicherheit, wer also auf, wer triebökonomisch, sagen wir, wer auf Sicherheit setzt oder wer, oder wer das Risiko meidet und damit auch ein intellektuelles Risiko, denn das intellektuelle Risiko ist ja das Scheitern, dass man eben auch sein kann, dass es, dass es nichts bringt. Das ist ja nun auch eine, eine wichtige Sache. Also wer triebökonomisch so, so zusammengeschraubt ist, der kann mit Luhmann nichts anfangen und der sollte es eigentlich auch lassen, weil es bringt nämlich nichts, man wird dann daraus nicht klug. Andersherum heißt das dann tatsächlich, wenn du tatsächlich etwas sagen wir, wenn deine Triebökonomie etwas anders bereitet ist, wenn du sozusagen schon eher den Eindruck hast, dich aufs Scheitern einzulassen oder dich davor nicht zu fürchten, wenn du sehr wohl sagst, diese ganze Sicherheitssuche führt eigentlich immer nur dazu, am Ende, wenn man sich die Spirale ausdenkt, am Ende eben auch zu Gewalt und zu Verdruss, dann würde ich sagen, fang an, dich mit Luhmannschen Theorie zu befassen. Aber wenn du es tust und das ist eine Regel, die würde ich, wenn ich Professor wäre, tatsächlich den Studenten zur Vorgabe machen, also entweder tu es nicht oder wenn du es tust, dann tu es aber auch vollständig. Und das heißt, ich habe das also genau so gemacht, ich habe, als ich mich mit der Luhmannschen Theorie befasst habe, ich habe genau das getan, was ein Professor mir mal im Studium empfohlen hatte, der hatte also tatsächlich gesagt, wenn du dich mit einem Theoretiker befassen willst, damals ging es um Sigmund Freud, aber man kann ja auch einen anderen wählen, ob das nun Marx ist oder ob das Heidegger ist oder wer auch immer, lies es selbst. Und zwar nimm dir die dicke Schwarte vor und befasse dich damit und rede nicht mit anderen und lese nicht diese Einführungsliteratur und lese nicht darüber, was andere darüber gelesen haben. Das bringt dich nur noch zusätzlich in Verwirrung, sondern tu dir wirklich die Härte an, die absolute Härte, setz dich hin und fang an zu lesen. Und das genau, das habe ich gemacht. Ich habe angefangen, um zur Jahrhundertwende, zur Jahrtausendwende, habe ich angefangen, mich mit Luhmann zu befassen. Ich war gerade mit dem Studium fertig. Ich habe mich während des Studiums nie mit Luhmann befasst. Und dann habe ich es getan und tatsächlich, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ich habe das Buch aufgeschlagen. Jemand hatte es mir geschenkt, weil ich ihm bei der Magisterarbeit geholfen hatte. Ich habe das Buch aufgeschlagen, Gesellschaft der Gesellschaft. Ich habe nur zwei Dinge verstanden, nämlich erstens deutsche Sprache und zweitens, dass es was mit Soziologie zu tun hat und sonst habe ich nichts verstanden. Und das ist keine Übertreibung. Ja, wer hat schon was verstanden von Luhmann am Anfang? Und dann habe ich tatsächlich drei Jahre lang, ich habe dann drei Jahre lang autodidaktisch Luhmann studiert. Drei Jahre lang. Und ich habe auch wirklich keine Sekundärliteratur gelesen und ich habe auch niemanden angerufen, jetzt sollen wir mal irgendwas erklären. Es hat wirklich drei Jahre gedauert, bis ich angefangen habe, darüber nachdenken zu können. Das dauert. Aber, und das muss ich wirklich sagen, der Erfolg war phänomenal. Also man kann nicht sagen, dass man alles verstanden hat, darum geht es nicht, sondern nach drei Jahren war ich dann doch so weit, dass ich merkte, jetzt fielen mir die Wiederholungen auf, jetzt fiel mir auf, dass ich manchmal den Eindruck hatte, das alles schon mal gelesen zu haben oder manches schon mal gelesen zu haben, das findet man ja bei Luhmann sehr häufig. Und da hatte ich dann den Eindruck, so jetzt habe ich sozusagen erst den Zugang gefunden, also erst in dem Augenblick, wo die Gewöhnung sich eingerichtet hat. Aber das dauert drei Jahre. Und wer es schneller haben will, also wer sagt, nee, ich habe aber nur ein Semester Zeit und dann, das soll es lassen. Das ist wirklich so. Es bringt nichts. Es bringt nichts. Beschäftige dich nicht mit Dingen, die du nur halbherzig oder so machst. Es bringt einfach nichts, sondern tu es oder lass es. Den Tipp hat auch ein Prof von uns uns gegeben damals, sucht aber aus einer anderen Motivation. Wenn ihr als Soziologen bestehen wollt, dann werden euch immer Menschen über die Gesellschaft anquatschen. Dann müsst ihr irgendwas erzählen können. Sucht euch ein, zwei Theoretiker, die ihr völlig vereinnahmt für euch, die dann auch konsistent sind. Und aus dieser Perspektive könnt ihr dann Gesellschaft erzählen. Ja, das ist genau das. Ja, das ist genau, das ist genau dieses Theorievermeidungsverhalten von Wissenschaftlern. Genau das Theorievermeidungsverhalten. Sagen wir, ordne dich an der Schule unter, ordne dich an der Bande unter, ordne dich an der Sekte unter. Mach da einfach mit. Aber er hat selbst ironisch gemeint, muss ich dazu ein bisschen. Er hat schon etwas selbst ironisch gemeint, muss ich zu seiner Ehrenbeutung sagen. Ja, aber genauso, aber auch wenn es ironisch gemeint ist, wenn und selbst auch gerade das, auch die Ironie macht ja deutlich, wie diese Theorievermeidung und die Wissenschaftsvermeidung in der Wissenschaft selber funktioniert. Genau auf diesem Wege nämlich, ordne dich an der Schule unter, ordne dich an der Bande unter, mach bei einer Sekte mit, lass dich auf irgendeinen Zitationszirkel ein und wiederhole und sorge dafür Normalität und bleib dabei und mache bloß nichts anderes, weil so kannst du dich positionieren und so kannst du dann an den Universitäten, also ordne dich in irgendeine Schublade ein und lass dich dann auf die Schublade ansprechen, in die du dich eingeordnet hast und reagiere dann darauf, so oder anders. Also das ist eben genau die Art und Weise, wie in der Wissenschaft Wissenschaftsvermeidung, also die Wissensproduktion vermieden wird, indem man für Normalität sorgt und indem man dafür sorgt, dass sozusagen die Dinge sich eben nicht ändern. Und genau darauf hat Luhmann reagiert. Das ist also genau der entscheidende Punkt. Der Luhmann hat nämlich gesagt, da mache ich nicht mehr mit. Also das ist tatsächlich so. Der Luhmann, das war ein Dickkopf, das war ein Sturkopf, ein Dickkopf, der hat gesagt, ich mache das nicht. Der Luhmann hat etwas, war ja nicht der Erste, der das verstanden hat. Das war ja schon bei Norbert Wiener in der Kybernetik und auch schon etwas früher in der Quantenphysik bei Werner Heisenberg. Da ist das ja ein Zustand gekommen, das man auf einmal erkannt hat. Da stimmt irgendwas nicht. Bislang hatte ja die moderne Wissenschaftskonzept eben diesen Subjekt-Objekt-Dualismus, diese Subjekt-Objekt-Unterscheidung gewählt. Und über die Differenzierung dieser Subjekt-Objekt-Unterscheidung hat sie dann im 19. Jahrhundert eine Evolutionstheorie entwickeln können und spätestens mit dieser Evolutionstheorie konnte sie es sich leisten oder es sich einbilden. Sie wäre jetzt stark genug, um ohne ein metaphysisches Problem Wissen produzieren zu können. Das hat auch funktioniert unter der Voraussetzung, dass sozusagen die Sanktionen der Wissenschaft durch die Staatsgewalt zuverlässig funktioniert hat. Und dass sozusagen eine starke Exkludierungsleistung erbracht worden ist durch die Wissenschaft selbst, zuerst durch den autoritären Staat. Und dann wurde eben in dieser Bürokratie diese Trennung von Subjekt-Objekt, die wurde dann angereichert mit der Unterscheidung von gegebener Wirklichkeit und gemachter Wirklichkeit. Die gegebene Wirklichkeit, das ist eben so die Natur, das ist der Körper, das ist so die Dinge, die kein Mensch machen kann, die zu dir selbst kommen. Und dann gibt es die gemachte Wirklichkeit, das ist eben Subjektivität, das sind die Gedanken und das wäre veränderbar und die gegebene Wirklichkeit, das wäre nicht veränderbar. Und so haben sich dann Natur- und Geisteswissenschaften eingerichtet und haben sich gegeneinander abgegrenzt auf der Basis aus derselben Unterscheidung, nämlich Subjekt-Objekt-Unterscheidung. Und dann bei Werner Heisenberg auf einmal stellt man fest, der hat dann gesagt, ui, da stimmt doch was nicht. Die Unschärferelation lässt auf einmal den Gedanken zu, dass der Beobachter die Probleme macht. Also der Beobachter macht sich die Probleme, die sind nicht einfach gegeben und der entdeckt die Dinge nicht einfach nur. Die gegebene Wirklichkeit, die wird gemacht einerseits und andererseits hat man in der sogenannten Geisteswissenschaft gesagt, die gemachte Wirklichkeit, die sei veränderbar, aber sie haben selber festgestellt, dass sie es eigentlich gar nicht können. Was sie sehr wohl konnten, war eben Kritik äußern, also irgendeine Theorie des kommunikativen Handelns konnten sie formulieren, aber sie haben eben sehr wohl gemerkt, dass sich damit nichts ändert. Also das heißt, diese Unterscheidung von gemachter und gegebener Wirklichkeit, die wurde eben in ihrer Kontingenz auf einmal offenbar und da hat Norbert Wiener dann darauf reagiert, schon in den 40er Jahren, der eben gesagt hat, diese Unterscheidung von Natur- und Geisteswissenschaft, die hat eigentlich keine empirische Relevanz, die ist Quatsch. Dass das nicht als Quatsch erscheint, hängt nur mit der Bürokratie, mit dem Machtapparat zusammen, sprichst du einen Professor für Soziologie darauf an, dass vielleicht auch Biologen oder Physiker etwas zur Erklärung von Gesellschaft beitragen können, dann sagt er, bist du bei mir an der falschen Adresse und mach die Tür zu und gehst du andersherum zu einem Professor, Physik oder Biologie und sagst ihm zu einem Professor für Physik und sagst, auch die Philosophen und auch die Soziologen können etwas zur Erklärung der Natur beitragen, dann sagt der Professor, Tür zu, bist du bei mir an der falschen Stelle und keinen anderen Grund gibt es als den, dass sozusagen die Sanktionierung durch die Staatsgewalt diese Trennung herstellt. Wenn man aber mal andere fängt, darüber nachzudenken, genau das hat dieser Norbert Wiener dann getan, hat gesagt, was verbindet Natur und Geisteswissenschaft, was ist sozusagen das Verbindende daran, das ist nämlich der Begriff der Information. Information ist nämlich weder etwas Materielles noch ist es etwas Geistiges, hat also sozusagen, findet das Substrat eben nicht, weder in den Zellen noch in irgendetwas, noch in irgendwelchen, noch in irgendwelchen geistigen Vorstellungen, sondern tatsächlich, das ist das, wodurch sozusagen die Wissenschaft vereinheitlicht werden kann und das hat er dann in eine Kybernetik versucht zu formulieren. Genau diesen Gedanken hat Luhmann ernst genommen. Tatsächlich ist es auch so. Diese Unterscheidung in Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft ist eine reine, so nenne ich das, paranoische Fiktion, die durch Bürokratie standardisiert wird und durch nichts anderes. Und Luhmann ist dann eben hingegangen, hat gesagt, ich nehme diese Trennung nicht ernst, ich unterlaufe das, das schreibt er auch in soziale Systeme, ich nehme diese Trennung nicht ernst, sondern wir haben es mit dem Verhältnis von System und Umwelt zu tun und wir haben nicht, oder er hat es dann so aufgelöst, dann zu sagen, wir haben nicht die Unterscheidung in gegebener und gemachter Wirklichkeit, sondern wir haben eine gemachte Wirklichkeit, die kein Mensch herstellen kann, also eine gemachte Wirklichkeit, die von Menschen nicht hergestellt wird und die Menschen auch nicht einfach ändern können und das nennt er dann soziale Systeme. Und da merkt man bei Luhmann, also dass er sozusagen die Theorievermeidung oder die Wissenschaftsvermeidung, die in der Universität durch Unterwerfung, unter bürokratische Ordnungszwänge Betriebe, dagegen hat er sich bockig gezeigt, dann mache ich nicht mit. Und genau übrigens, und das ist ja der Witz, das darf der Wissenschaftler nicht nur, nein, sondern das wird eigentlich auch von ihm erwartet. Genau dafür bekommt er bis zum Rest seines Lebens ein Gehalt, der hingeht und sagt, die Professoren sollen ja ein Risiko eingehen, das anfängt mit dem Satz, ich behaupte das. Das heißt, das Risiko des Scheiterns. Und der Luhmann hat genau das gemacht. Er hat gesagt, ich behaupte, dass es soziale Systeme wirklich gibt, dass es selbstreferenzielle soziale Systeme wirklich gibt und so fängt auch soziale Systeme an und fügt noch hinzu, ich gehe, diese Überlegungen beginnen nicht mit einem Erkenntnis theoretischen Zweifel. Und da merkt man ganz genau, dass der Luhmann diese Bockigkeit gezeigt hat, die die Wissenschaftler sich abgewöhnt haben, nämlich eine Widerspenstigkeit. Und was hat er gemacht? Und das ist eben das Beeindruckende daran, er hat sich dann den Rest seines Lebens mit einer einzigen Theorie, beziehungsweise er hat sich ja mit zwei Theorien befasst, mit einer Medienteorie und mit einer Systemtheorie und hat sich dann eben damit befasst. Er hat dann versucht, diese Theorie in die Kommunikabilität zu führen, also das spricht, dass man darüber sprechen kann. Und das hat lange gedauert und das war nicht abzusehen, dass das jemals einen Erfolg haben könnte. Und das wusste der auch und das war ihm halt egal. Das ist ja ganz genau der Punkt. Das ist ja dann da, das Recht der Wissenschaft zu sagen, auch die Erfolglosigkeit bringt mich nicht dazu, von dem Argument abzulassen, sondern ich versuche es wieder und wieder und immer und immer wieder. Und das hat man auch so viel geschrieben. Und nochmal, wenn man sich nun, aus welchem Grunde kann man sich nun mit, wenn man sich nun mit Systemtheorie befassen will, dann scheint mir das ein Grund zu sein, es zu tun, zu sagen, wenn du deine Normalitäten retten willst, wenn du deine Selbstverständlichkeiten retten willst, wenn du deine Klarheiten retten willst, dann bist du damit schlecht beraten, sondern wenn du anfängst zu sagen, ich kann mir schon vorstellen, dass das Metaphysikproblem dem Ernst zu nehmen ist. Nur Luhmann hat es natürlich in eine andere Fassung gebracht. Für ihn sind es Sinnsysteme und nicht mehr, also das ist klar, er hat das mit dem Physikproblem in eine andere, er hat dem Problem eine andere Fassung gegeben, aber im Prinzip hat er das ernst genommen, aber eben unter anderen Voraussetzungen, nämlich unter den Voraussetzungen von Kommunikation und psychischen Systemen. Ich kenne da eigentlich schon auch ein bisschen was wieder. Das erste Mal stieße ich auf Luhmann im Rahmen von Organisationssoziologie, da war das aber mehr Beiwerk, da haben wir manchmal wirklich ein halbes, eine halbe Seminar damit verbracht, zwei Sätze von ihm zu interpretieren und versuchen zu verstehen. Also das ist jetzt weit weg von deinen drei Jahren, von deiner drei Jahre Selbstdidaktik, aber was mich da tatsächlich fasziniert hat, ist, dass dieses es könnte alles anders sein und dieses es könnte alles anders sein, durchaus plausibel zu machen und tatsächlich hat mich genau das, was du jetzt beschrieben hast, davon abgeschreckt, das irgendwie als Bestandteil meiner Ausbildung dann ernst zu nehmen, weil ich wollte ja auf der sicheren Seite mit meinem Abschluss sein. Ich wollte ja mein Diplom haben und wenn ich Luhmann da reingebracht hätte, hatte ich das Gefühl, das kann zum Scheitern führen und da habe ich jetzt vieles, vieles wieder erkannt von dem, was du gesagt hast. Ich habe mich dann für die Sicherheit entschieden, aber ich habe Luhmann immer gern so privat heimlich mal geschmölkert, was aber fast schon eine spirituelle Sache war. Also ich, ich, also als, als jemand, auch die, die Empiriker in den Sozialwissenschaften, die, die wachsen halt mit Poppe auf und das wird so selbstverständlich, als, als wird der in Merksätzen formuliert, vorformuliert, Feierabend und so, da musste man sich dann später, Kuhn und Feierabend, also die Popper-Kritiker, musste man sich dann später selber erarbeiten, die wurden auch nicht weiter erwähnt, dass du, wenn du jetzt kommst und mir sagst, warum soll ich Systemtheorie betreiben, warum soll ich so Luhmann lesen und ich wende diese Theorien und Thesen von Luhmann an in, in meinem Mess-Sammelsorium, dann funktioniert das nicht, weil dieses Mess-Sammelsorium direkt Teil der Beschreibung ist von Luhmann. Ich würde dann mit meinen Mess-Instrumenten quasi die Mess-Instrumente messen, weil, ähm, Popper funktioniert nur, wenn du diese Subjekt-Objekt-Trennung machst. Das ist ja, Und die hebt ja, hebt ja Luhmann auf, soweit ich dich verstanden habe. Die Objekt-Subjekt-Trennung. Was ist das? Die, äh, führt Luhmann zusammen. Äh, ähm, ja, beziehungsweise diese Subjekt-Objekt-Trennung, ich weiß nicht, ähm, Luhmann hebt sie ja nicht auf. Ähm, er macht, er macht ja, also, er benennt sie einfach. Er benennt sie und, äh, und, 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 begründet sie aus, aus seinen, seinen Vornamen heraus, also aus seiner Theorie. Und ich glaube, das ist auch das, was Klaus, äh, was Klaus beschrieben hat. Wenn erst mal dieser, wenn erst mal, sag ich mal, hm, wenn man dieses metaphysische Problem ernst zu nehmen, das ist ja, das ist ja vielleicht, das ist ja vielleicht oft erst mal ein Impuls eines diffusen Problems, das man hat, dass man, dass man das Gefühl hat, Dinge können auch anders sein, mhm, was ja, was ja vielleicht auch so, vielleicht auch so die große, so, Ehlung, äh, der, der, mhm, jüngeren Vergangenheit ist, also dieses, dieses Dinge können auch anders sein, Dinge können, Dinge können sich ändern, mhm, und dieses Gefühl ist da, und jetzt, ähm, formuliert, jetzt formuliert Luhmann dazu eine Theorie, ist aber auch gleichzeitig, damit ist ja auch gesagt, so, diese Theorie, Naja, das, das ist keine Beschreibung der Welt so, das ist jetzt nicht die Wahrheit, die findest du hier drin nicht, ich biete nur an, deine, dieses ganze, dieses ganze Unbehagen, was, was Kontingenz vielleicht so auslöst, ich biete dir mit dieser Theorie an, das, konsistent zu beschreiben, so, dieses, dich darin, wieder, wieder neue Sicherheit aufzubauen, darin, eben nicht, das ist ja genau der Punkt, das ist ja genau, das eben genau nicht, das ist, das ist, also, genau das Gegenteil ist der Fall, wenn du Luhmann liest, du wirst du ständig verunsichert, du brauchst es nur zu lesen, und, also, ne, dann wirst du feststellen, ich tue es gerade, ich schreibe gerade einen Aufsatz über, äh, der Zufall der Theorie, äh, ähm, ähm, ich gehe jetzt vor, nehme mir alle Luhmann-Bücher, äh, und jetzt gehe ich im Register, äh, hinten schaue ich mir Zufall, und ich wähle alle, aus allen, ähm, aus allen Büchern wähle ich eben jetzt mir die Textpassagen aus, was hat Luhmann über Zufall geschrieben, äh, und du wirst feststellen, ja, ähm, dass er also entweder jedes Mal, also entweder jedes Mal, äh, überall in verschiedenen Büchern dasselbe darüber schreibt, oder etwas sehr ähnliches, ähm, äh, oder aber er bringt das in Zusammenhänge, die überhaupt gar keine Notwendigkeit ergeben, wo man sich ja fragt, was heißt das eigentlich, oder was soll das eigentlich, dass man sich fragt, wo ist da eigentlich die Logik, und du wirst ständig verunsichert, es ist keineswegs so, dass Luhmann sozusagen, ähm, ähm, übrigens er schreibt darüber auch wiederum, also es ist, das ist ihm selber nicht entgangen, also es ist ihm nicht entgangen, dass er tatsächlich auch die Kontexte verschiebt, äh, unter denen er, sagen wir, über Zufall schreibt, ähm, ähm, das ist ihm nicht entgangen, und, ähm, ähm, daran kannst du feststellen, dass wenn du diese, dass die, die Theorie, von der wir da sprechen, dass das eigentlich, hoch, also das muss auch beim Schreiben, muss das sehr viel anstrengender gewesen sein, ähm, 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 als man das so glauben möchte, ähm, 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 und beim Lesen wiederum, ähm, ähm, das wird auch, also was ich sagen wollte, diese, diese Schwierigkeiten beim Schreiben dürften sich im Lesen wiederfinden, es ist sehr, sehr schwierig, das zu verstehen, und es ist eben nicht so, ähm, dass, dass da sozusagen irgendwelche, irgendwelche letzten, irgendwelche Gewissheiten ventiliert werden, dass du den Eindruck hast übrigens, das wiederum kommt daher, äh, 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 weil du von den Luhmann-Schülern weißt, und was machen die nämlich jetzt, das ist ja jetzt genau der Punkt, die machen nämlich wieder Theorievermeidung, indem sie sich jetzt mit Systemtheorie befassen, machen sie Theorievermeidung, indem sie sich jetzt einer Schule unterordnen, indem sie sich einem, eben dieser, äh, dieser, diesem, diesem Zitationszirkel unterordnen, äh, äh, und jetzt nur noch zitieren, was Luhmann zitiert hat, äh, 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 und jetzt genau dasselbe Spiel betreiben, das alle anderen Soziologen auch tun, denn Soziologen reden in der Regel nur mit anderen Soziologen, äh, die Systemtheoretiker, äh, reden jetzt nur noch mit Systemtheoretikern, äh, und retten damit ihre Selbstverständlichkeit, ihre Klarheiten, und gehen sozusagen damit der Gesellschaft wiederum aus dem Wege. Das hat Luhmann ja nicht gemacht. Luhmann hat ja gesagt, bei Luhmann findest du kaum Beschäftigung mit soziologischer Literatur, also ganz selten, also mit Parsons natürlich selten mal, mit, äh, äh, mit Chelsky, ähm, mit Parsons natürlich schon ein bisschen mehr, aber sonst findest du bei Luhmann kaum, fast gar nicht, Beschäftigung mit soziologischer Literatur, sondern stattdessen findest du, äh, sehr viel Beschäftigung mit Gesellschaft, und was machen nun die Luhmann-Schüler? Sie tappen prompt in die Falle, das beschäftigen sie sich hauptsächlich nicht mit Gesellschaft, sondern hauptsächlich mit soziologischer Literatur, Luhmannscher Provenienz, ne? Also, da kannst du genau die gleiche Weg der Theorievermeidung sehen, den sie eingehen, den die empirischen Soziologen oder die kritische Theorie oder wer auch immer du nennen möchtest, den sie auch gehen. Sie bunkern sich ein, äh, und gehen dem Problem aus dem Wege. Ja, und, äh, also tatsächlich, befass dich mit Gesellschaft. Der Imperativ würde also lauten, befass dich mit Gesellschaft und nicht mit soziologischer Theorie und die Befassung mit Gesellschaft, das ist das theoretische Problem und nicht die Befassung, äh, und auch nicht die Befassung mit soziologischer Literatur und streng genommen dann auch nicht die Befassung mit, die Befassung mit, äh, Luhmannscher Theorie, ja? Also mit Luhmannscher Schriften, ist ja klar. Auch das ist dann nicht Befassung mit Gesellschaft. Trotzdem warst du den Zettelkasten angucken. Wir waren ja alle zusammen im Zettelkastenseminar. Vortrag. Vortrag. Seminar, nein, in der Kunstausstellung. Ich fand den großartig uninteressant, nicht wahr? Das war großartig lächerlich. Also eine einzige Erbsenzählerei, eine einzige Erbsenzählerei, die völlig unwissenschaftlich ist, aber das darfst du eben nicht mehr sagen in der Wissenschaft. Das hängt nicht damit zusammen, dass es verboten ist, sondern das ist eben das, was ich an den Gangs schon mal gesagt hatte. Das ist einfach inkommunikabel geworden. Man redet so nicht mehr. Man sagt nicht mehr, das ist unwissenschaftlich einem anderen Wissenschaftler. Schon deshalb, weil es sowieso am Ende egal ist. Jeder geht am Ende doch seinem Job nach, am Ende geht eben doch, kriegt jeder sein Gehalt überwiesen und am Ende muss doch jeder sehen, wie er klarkommt, ob nun Wissenschaft hin oder her. Heute kriegst du für alles, was du als wissenschaftlich nennen willst, einen Stempel, wenn nicht von dem Professor dann von irgendeinem anderen. Also ist es auch egal, noch irgendetwas als unwissenschaftlich zu bezeichnen. Und das ist das übrigens, aus diesem Grunde finde ich Luhmannsche Theorie interessant, nämlich nicht, weil sie wissenschaftlich ist, denn wenn sie nur wissenschaftlich wäre, wäre sie größtenteils uninteressant, sondern eben, weil sie auch nicht wissenschaftlich ist. Also es muss auch eine nicht wissenschaftliche Theorie sein, denn tatsächlich, Luhmann hat sich mit Gesellschaft befasst, um die Gesellschaft zu erklären, die Gesellschaft funktioniert nicht wissenschaftlich. So wie das Leben nicht wissenschaftlich funktioniert, so funktioniert die Gesellschaft eben auch nicht. Und also kann sie nur dann interessant sein, wenn sie eben auch in nicht wissenschaftlicher Hinsicht eine Bedeutung hat. Das heißt, also würdest du mir dann recht geben, ich habe Luhmann immer so heimlich für mich verstanden, als den Rilke der Soziologie, also kennt ihr Rilke? Vom Namen her. Also der macht sehr, also ich bin ein großer Fan, und man kann aber nicht wirklich bestimmen, was er jetzt genau sagt. Also das wiederzugeben, ist schwierig, aber es ist, es bringt zum Klingen irgendwas in einem. Und das hatte ich bei Luhmann. Ich wusste nicht genau, was er jetzt sagt, aber es hat bei mir was zum Klingen gebracht. Anders kann ich es gar nicht beschreiben. Ich sah den immer als Poeten. Das hat auch was. Und ich glaube, da hast du auch, ich glaube, das ist auch gar keine schlechte, ich glaube, das ist auch gar keine schlechte Wahrnehmung. So ähnlich würde ich das so ein bisschen auch sehen. Ja, eigentlich ist der Luhmann derjenige, der die soziologische Sambelei auf die Spitze getrieben hat und genau so oder auf eine Weise auf die Spitze getrieben hat, dass man schon wieder sagen kann, das ist schon wieder intelligent geworden. Also da fängt, das hat schon wieder was, weil er die soziologische Sambelei von der anderen Seite aus überholt hat. Aber würdest du, wir hatten hier letztes Mal einen Gast, der hat so geschimpft, die Soziologen schreiben nicht, also er ist Psychologe und was er der Soziologie ankreidet ist, dass solche Leute wie Max Weber kluge Sachen schreiben, aber halt auf eine Weise, die unleserlich ist. Würdest du sagen, Luhmann hätte es verständlicher schreiben können, wären viele Selbstmorde unter Studenten ausgeblieben? Ach was, das ist dummes Zeug. Also Luhmann hat verständlich geschrieben. Gut, sollen die Hörer selber entscheiden, können ja mal was lesen. Ich habe da meine Trauma. Also man kann nicht einfach mit dem naiven Standpunkt, sich auf den naiven Standpunkt stellen und sagen, so wie ich einen Text, wenn ich einen Text verstehe, dann ist er verständlich. Also das ist so nicht. Das ist ein ganz naiver Standpunkt. Das ist sozusagen, also das ist sehr naiv. Sehr naiv zu sagen, wenn ich einen Text verstehe, ist er verständlich. Nein, also Luhmann hat das Problem, das ist der Grund, weshalb der Luhmann so kompliziert geschrieben hat. Das hängt damit zusammen, dass die ganze Theorie sehr voraussetzungsvoll ist. Und zwar deshalb, weil der Luhmann gesagt hat, wenn wir, wenn ich nicht mehr die Bereitschaft habe, dem Theorievermeidungsprogramm der modernen Wissenschaft, beziehungsweise in Klammern gesprochen, dem Wissenschaftsvermeidungsprogramm der modernen Wissenschaft, insbesondere dem Wissenschaftsvermeidungsprogramm der Soziologie aus dem Wege zu gehen, wenn ich also die Bereitschaft habe, mich darauf einzulassen, auf das Problem, das Problem ist nämlich Gesellschaft und nicht soziologische Literatur, sondern Gesellschaft ist das Problem und ist ein sehr großes Problem, dann kann ich nicht einfach glauben, ich kann darüber so einfach reden. Ich kann darüber eben nicht so einfach reden. Und du kannst andersherum nicht so einfach, du kannst das nicht so einfach verstehen. Das kann unmöglich sein, denn wenn das ganz einfach wäre, ja, dann wäre es ja ganz einfach. Das ist ja der Grund, weshalb diese Theorievermeidung beziehungsweise die Wissenschaftsvermeidung funktioniert. Die funktioniert, ja, weil das eben zu schwer ist, weil es viel einfacher ist zu sagen, ich zitiere einfach, was zitiert wurde, ich ordne mich an der Bande unter, ich ordne mich an der Schule unter, ich ordne mich an einem Ansatz unter und dann tue ich eigentlich nur noch, was von mir erwartet wird, um dann zu gucken, wie ich mich dadurch, das ist recht einfach. Und dann hat man gesagt, nee, mache ich nicht. Diese Bockigkeit zu sagen, nein, das Problem ist schwer und das Problem ist groß und es gibt keinen Verdammt und vor allen Dingen, und das ist eben das, was mich da am meisten daran beeindruckt, ist sozusagen diese Rücksichtslosigkeit gegenüber sich selbst. Ist ja klar, diese Rücksichtslosigkeit kann ich mir nur dadurch erklären, dass er ähnlich wie ein Rennfahrer, der sein Adrenalin braucht oder ein Werksteiger, wenn die sich da irgendwie frei da in irgendwelche Werkwände hängen oder wenn irgendein Rennfahrer da mit 300 Sachen in die Kurve rast oder irgendwie kriege da Adrenalinschocks und alles mögliche, die sind abgerichtet auf körpereigene, irgendwelche körpereigene Dope. Ich kann mir vorstellen, dass so etwas ähnliches bei Luhmann auch der Fall war. Wenn der seinen Kästen, Zettelkasten hat, dann hatte der wahrscheinlich, dann war der wahrscheinlich glücklich. Also ich habe hier sogar ein Zitat, was so ein bisschen in deine Richtung geht. Also du hast ja immer gesagt, der ist bockig und es braucht bestimmte psychische Dispositionen, um sich mit Systemtheorie, mit der Unsicherheit, die dadurch entsteht, auseinanderzusetzen. Und warum das so eine Passion von Luhmann sein könnte, hat er, also das hat er mal geschrieben, ich lese mal vor, unsere Gymnasialklasse ist 1945 noch zur Wehrmacht einberufen worden. Ich stand mit meinem Banknachbarn an der Brücke, zwei Panzerfäuste in vier Händen. Dann machte es zisch, ich drehte mich um, da war kein Freund und keine Leiche, da war nichts. Seitdem denke ich an Kontingenz. Es ist vielleicht so ein Trauma, was er hatte, was ihn dann umgetrieben hat, dieses, ja, Kontingente. Nicht zufällig, aber auch nicht notwendig. Und ja, ich komme auch immer mehr, also, unsere Ausgangsfrage war doch irgendwie, warum sollte man sich damit beschäftigen? Und dann kommen wir jetzt hier hin, wenn man die psychischen Voraussetzungen... Nein, nicht nur. Also tatsächlich, auch die sind ja Kontingent. Also es ist ja nicht so einfach, ist es ja nicht. Also die psychischen, also die psychischen Voraussetzungen, die sind eigentlich gar nicht die entscheidenden. Die entscheidenden viel tatsächlich, die viel entscheidenderen sind tatsächlich die Art und Weise, wie du in Kommunikation verwickelt bist, beziehungsweise wie du Zugang finden kannst zu der Verwicklung in Kommunikation. Auf welche Art von Kommunikation kannst du dich einlassen? Und das hat nicht zuerst psychische Gründe. Die spielen natürlich eine Rolle. Das psychische System ist ja eine Bedingung der Möglichkeit von Kommunikation, aber eben nicht die entscheidende. Das ist ja ganz wichtig. Das ist auch eine Bedingung, sicher, aber eben nicht die entscheidende. Die entscheidende Bedingung für die Möglichkeit von Kommunikation ist Kommunikation. Und tatsächlich, deine eigene Lebensgeschichte, dein eigenes Leben hat eine Geschichte und damit hast du ja selber durch, weil du ja immer schon in Kommunikation verwickelt bist, haben sich ja immer schon Voraussetzungen hergestellt, die dafür sorgen, dass es für dich so oder so oder so weitergeht oder auch nicht weitergehen kann. Also ich beispielsweise, um kurz von mir zu reden, ich selber kann mich daran erinnern, ich will nicht erzählen, weil ich neulich mit meiner Frau darüber gesprochen habe, ich kann mich daran erinnern, dass ich als Kind, ich konnte sehr schnell lesen und schreiben lernen. Ich weiß, dass ich sehr, als ich lesen konnte, für mich hat sich schlagartig als Kind die Welt geändert. Schlagartig, ich konnte auf einmal lesen und ich habe alles gelesen, ob das so ein Straßenschilder waren oder Schaufenster. Und für mich war das so faszinierend, lesen zu können und auch schreiben zu können, dass ich als Kind, ohne dass mich irgendjemand dazu gezwungen hat oder dass das irgendjemand von mir erwartet hätte, dass ich angefangen habe zu schreiben. Ich habe Bilderbücher abgeschrieben. Da vor dem Haus steht ein Auto und in dem Auto sitzt ein Mann. So habe ich das gemacht. Da war ich acht Jahre alt oder so und ich habe das nicht geschrieben, um das irgendjemandem zu zeigen, sondern ich habe das einfach nur geschrieben, um es zu tun. Und als Kind habe ich mir nichts dabei gedacht. Ich habe es halt nur gemacht. Aber damit will ich nur sagen, das sind genau diese psychischen Voraussetzungen, die du mitbringst. In meinem Fall war das die Empfindlichkeit für Schrift, die dann dazu geführt hat, dass ich also Bücherwurm wurde und das wiederum hat dann dazu geführt, dass ich eine Schriftgelehrsamkeit betrieben, mich auf eine Schriftgelehrsamkeit eingelassen habe, also in dem Fall Soziologie. Und das würde, für mich wäre es unmöglich beispielsweise, sagen wir, umzuschulen auf Techniker. Ja, das ginge nicht mehr, also nicht nur, weil ich zu alt bin, sondern das wäre auch vor 20 Jahren schon nicht mehr gegangen, weil einfach selber Voraussetzungen geschaffen worden sind, die also jetzt dafür sorgen, dass es für dich auf diese oder diese weitergehen kann oder auf eine bestimmte Weise eben nicht weitergehen kann. Und das ist... Aber dann ist es doch im Umkehrschluss gar nicht so weit zu behaupten, ein Techniker kann auch nicht mehr auf Systemtheorien schulen. Es ist nicht so, dass es nicht geht, sondern nur, das wurde ja in dem Vortrag, in dem Zettelkastenvortrag von dem Schmidt da angedeutet, Luhmann selber war Jurist und war am Anfang, war er als Jurist, hatte er, stand er mit Soziologie auf Kriegsfuß. Erinnerst du dich, er hatte einen Vortrag, einen Zettelkasten, er hatte aus dem ersten Zettelkasten von Luhmann einen Zettel rausgeholt, da kommentierte Luhmann irgendein Exzerp mit den Worten dieses oder jenes in der Rechtstheorie, das wird jetzt zu soziologisch. Es gleitet in die Soziologie ab. weil er war eben als Jurist eben da in diese Kommunikation und dann hat er natürlich als Erwachsener dann nochmal Soziologie studiert und dann hat er sozusagen sich geändert. Also das gibt es ja. Es ist ja nicht so, dass es nicht geht, sondern nur, willst du sozusagen, dann musst du dich selber ändern. So, du musst dich selber ändern. Wenn ich ja sagen, wir wollten anfangen, mich mit technischen Apparaten zu befassen, ich hätte da schon irgendwie Lust zu, aber ich wäre sozusagen enorm, wie soll ich sagen, ich wäre ein enorm langsamer Schüler und ich müsste wirklich jemanden haben, der mir ganz viel Geduld mit mir mitbringt. Also sagen wir so Elektronikbastelei oder so. Es ist nicht so, dass ich darauf keinen Bock hätte, sondern nur, es müsste wirklich jemand sein, der sich um mich kümmert, weil alleine könnte ich es nicht und ich würde dafür auch sozusagen den Bock nicht aufbringen, das zu tun. Aber kurz, damit würde ich sagen, es geht schon. Also es ist ja nicht so, dass du vollständig determiniert bist, sondern die Determinierung ist nur, sozusagen, die Determinierung ist, die muss sich selbst sozusagen, die muss sich selbst, die muss ihre eigene Kontingenz in Erfahrung bringen. Und dann kannst du dich natürlich auch ändern, das ist doch klar. Ja, ich hänge gedanklich immer noch bei der Subjekt-Objekt-Trennung. Von der halben Stunde. Und was, nicht nur, weil das einfach, weil wir schon oft drüber gesprochen haben, in verschiedenen Zusammenhängen hier, sondern auch, weil in gewisser Weise sich die Theorie von Luhmann auch, auch darin wiederholen kann. Weil was, was du gerade, gerade sagtest, sagtest, und also ich finde, es ist schon möglich, diese, diese Sicherheit, die man in der Luhmannschen Theorie findet, ist die Sicherheit, Kontingenzen, wenn man sie denn beobachtet, sie nicht ablehnen zu müssen, weil sie irgendwie die eigene Identität gefährden oder oder Dinge, mit denen man gerne umgehen möchte, weil man sich daran gewöhnt hat, sondern weil sie, weil die Theorie einen Umgang mit Kontingenz ermöglicht. Und das ist wiederum, und das ist wieder, also daher speist sich eine Sicherheit, die dann aber, also denn, die aber auch nur dann passieren kann, wenn man, wenn man tatsächlich irgendwie ein Problem mit Kontingenz hat und vorausgesetzt, man hat irgendwie das Gefühl, es gäbe so etwas wie Kontingenz. Darf ich das unterfüttern? Das Mit einem Zitat? Nein, ich möchte, nein, ich möchte, dass meine Ausführungen unbewiesen irgendwo stehen bleiben und dass jeder sie ablehnt. Nein, René, natürlich. Ich dachte, er wäre fertig, aber ich verstehe die Systemtheorie auch nicht so. Nein, nein, jetzt erzähl weiter. René, mach mal kurz dein Beispiel. Nein, nee, das ist jetzt aus Verlegenheit, damit ich kurz mein Faden... Tut mir jetzt echt leid, das wollte ich eigentlich nicht. Dann kam dein Signal so schlecht rein, dass ich dachte, der Satz war beendet. Ja, nee, ich wollte nur sagen, wie Luhmann halt selbst auf sowas reagiert. Das, ich habe mir, wenn man Sachen nicht versteht, macht es sich gut, dann so Anekdotenlisten zu machen, dann kommt man trotzdem klug rüber. und da sagte einmal ein Hörer im Seminar zu Luhmann, Herr Luhmann, Ihre Theorie ist falsch. Und Luhmann sagte, das kann wohl sein, aber wenn sie falsch ist, dann auf die einzige richtige Weise. Und das heißt, er hat, siehst du? Und das habe ich auch in anderen Sachen gelesen von Luhmann, dass er überhaupt kein Problem damit hatte. Seine Theorie, also, das ist ja auch... Das ist aber auch ein Merkmal dieses... Also, es ist ja im Prinzip, wenn man sich auf Konstruktivismus einlässt. Ich sage immer, es gibt ja so eine... Es gibt ja im Prinzip so eine, so eine, sage ich mal, so eine geschmeidige Art des Konstruktivismus, mit der man sich gut schmücken kann, indem man einfach halt Sachen für konstruiert hält, um anderen eins auszuwischen, die dann aber, die dann aber sich irgendwann natürlich mit der Frage konfrontiert sind, mit dem man sich als... Also, mit dem, mit der sich Konstruktivismus befassen muss. Ja, wenn das alles konstruiert ist, dann ist ja auch das konstruiert, also, es ist irgendwie hinfällig so. Da brauchen wir ja gar nichts machen. Und dann ist es eigentlich auch egal. Das regt mich immer auf. Natürlich. Das ist ein Argument, das mich wirklich immer aufregt. Aber gut. Naja, aber es hat schon, es hat schon so seine gewisse Begründung. Also, wenn... Aber das ist zum Beispiel ein Argument, was auf Luhmanns Theorie nicht zutrifft. Denn sie ist natürlich, sie geht natürlich davon aus, dass es auch sie selber ein Konstrukt ist, dass das so oder auch anders sein könnte. die Gesellschaft, die in der Luhmannschen Systemtheorie gebaut wird, die Gesellschaft kann auch anders sein oder auch gar nicht vorhanden sein. Aber die Theorie ist insofern konsistent, weil die Theorie, also es kommt, also die Theorie schafft es aber, sich selber in einen plausiblen Zusammenhang zu stellen. zu sagen, klar, ich bin konstruiert so und das bin ich aus diesen und diesen Gründen. Und... Aber es hebelt die Theorie nicht aus, dass sie selbst nicht, sich nicht als, sage ich mal, eine letzte Wahrheit setzen muss, sondern es ist Teil der Theorie, dass sie, dass sie auch selber kontingent ist, auch nur selber eine Perspektive ist, die so oder auch anders sein könnte. Und das wiederum, das ist natürlich dann halt für verunsicherte Menschen, die sich irgendwie mit Konstruktivismus, was ja im Prinzip eine Verunsicherung in sich ist, irgendwie wahrscheinlich auch gar nicht anders sein kann. Und damit erzeugt es wieder so eine Art von Sicherheit, dass wenn schon alles unsicher ist, dass aber doch irgendwie, dass man, dass das aber irgendwie schon, naja, schon, das kann man schon begründen, das kann man verstehen, dass alles unsicher ist, weil, also weil es eben in dieser Theorie irgendwie in Zusammenhang gestellt wird. Also die Unsicherheit ist irgendwie da drin immer noch anschlussfähig und es kann weitergehen und es ist nicht das Ende, wenn es, wenn eine Unsicherheit ausgelöst wird. Und vielleicht ist das, das ist natürlich witzig eigentlich, weil das, wie auch, Klaus, wie auch was du sagtest, das wiederholt ja im Prinzip, also es ist ja eine zutiefst subjektivität, kreative Begründung des Ganzen und, und also die Begründung für die Systemtheorie ist denn halt, die geht von, die geht vom, die wird vom Subjekt aus her irgendwie konstruiert. Nee. Also die, ja doch, also die macht es so, die macht das Subjekt, ist denn Begründung. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, warum Theorie, die Systemtheorie interessant ist oder auch nicht. Das war, also darum drehte sich das ja die ganze Zeit. Woher, woher bezieht die, wo findet sozusagen die Luhmann'sche Theorie ihren Anfang? Und sie findet ihn in der, in ihrer eigenen Kommunikabilität? Nee, nee, ich meinte jetzt nicht in, ja, ja, ich meinte jetzt nicht in der, also nicht in der, in der Begründung der Systemtheorie, sondern, ähm, über unserem Gespräch über die Systemtheorie, äh, warum, ähm, warum man sich mit Systemtheorie beschäftigen sollte oder auch nicht und, ähm, welche Begründung und das war denn halt, das war denn, äh, eine zutiefst subjektive Begründung halt, wenn man, wenn man selber irgendwie so dieses, diese, wie nanntest du es, ähm, äh, Triebökonomie, was, was das? Ja, Ja, wie man eben so zusammengeschraubt ist. Genau, na, aber also die, die Theorie halt, die, die Subjekt-Objekt-Trennung aufliegt, das hat zutiefst, denn in, in dieser Fassung hat das sind zutiefst subjektive Gründe, warum, warum gerade das interessant ist halt für, für, für eine Person. Eigentlich nicht, denn tatsächlich ist es die Art, das hatte ich noch nachgeschickt vorhin, es kommt ja auf die Art und Weise, wie du in Kommunikation verwickelt bist und welche sozusagen Verwicklungsgeschichte du mitbringst. Äh, und das ist ja nicht einfach nur subjektiv, also das, so ist das ja nun nicht. Äh, die, die Verwicklungsgeschichte, sagen wir deine Lebensgeschichte, deine Lebensgeschichte ist eine, ist eine Geschichte der Verwicklung in Gesellschaft. Oder sagen wir dann eine, eine Geschichte der Verwicklung in Kommunikation. Die ist ja nicht einfach subjektiv im Sinne von, also die Kontingenz ist, oder sagen wir die Kontingenz der Beurteilung dessen, was mit dir geschehen ist, so will ich das mal formulieren, die Beurteilung dessen, was mit dir zurückliegend geschehen ist, ist nicht nur eine subjektive Kontingenz, sondern das ist auch eine objektive Kontingenz. ähm, ähm, äh, und darüber, ähm, also, ähm, und, ähm, 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 die Frage ist aber nur in einer anderen, wir können ja nicht einfach, wir können ja, wie soll ich sagen, wir können ja nicht einfach, wir können ja nicht einfach so tun, als wenn es unsere Lebensgeschichte, oder sagen wir unsere Verwicklungsgeschichte, als wenn es die nicht gäbe, ähm, äh, und dasselbe gilt, äh, dann auch für, sagen wir, wenn wir mal ein System nennen, 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 bezeichnen wollen, ein System, das Systemtheorie betreibt, ähm, äh, da gilt das ja auch dasselbe, auch die, auch das, auch ein System, also ein soziales System, würde ich jetzt mal nennen, ein soziales System, das Theorie produziert, oder ein soziales System, das die Theorie sozialer Systeme produziert, äh, auch das hat eine Verwicklungsgeschichte, ähm, 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 und von diesem Standpunkt aus rede ich, und dann sage ich dann, also, und dann mag das bei dir so ankommen und sagen, naja, das ist eigentlich zutiefst subjektiv, aber das ist nicht mehr und nicht weniger subjektiv, als alles andere auch, ähm, sagen wir, ob das nun Waren sind, die du kaufst, oder ob das die Art, wie du deine Wohnung einrichtest oder nicht, das ist eben nicht alles nur, die Kontingenz liegt eben nicht nur, ist eben nicht nur subjektiv begründet, das ist gerne die, diese, diese, das ist die Theorie, das ist die Theorievermeidungsformel, mit der man meint, sich sozusagen aus dem Schlamassel ziehen zu können, immer dann, wenn man sich mit den Verwicklungen, und auf die man sich dann eingelassen hat, nicht zurechtkommt, kommt man mit dem Satz, ja, das ist ja alles subjektiv oder so, ähm, aber, äh, so ist das nicht. Ja, nee, ne, das ist mir, also, das ist, das ist schon klar, ne, die, das, aber das ist ja, sag ich mal, das ist ja, das ist ja dann, ähm, jetzt, das ist dann ja so eine Form, diese, äh, diese, diese, irgendwie diese, also, diese subjektive Fassung des Problems wieder, wieder einzufangen und dann, und dann, im Prinzip im, im, im Nachlauf, äh, zu begründen, warum dieses, diese Subjektivität, irgendwie, warum, warum die als Begründung angeführt wird, aber warum sie eigentlich keine ist, weil man sie auch, genau, weil man sie auch anders beschreiben kann, nämlich als, 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 ähm, also außerhalb, ne, also, Luhmann hatte ja, Luhmann hat ja selber gar nicht so gerne, äh, wenn ich, äh, jedenfalls, wenn ich mich an, an die Bücher erinnere, dass das, äh, hat ja ungern immer vom, vom Menschen gesprochen, außer natürlich als, als Begriff, der, der halt, als existierender Begriff, der halt was beschreibt und so, ähm, sondern es ist ja im Prinzip, wenn, wenn, wenn man dann über Kommunikation spricht, dann ist ja diese Grenze aufgehoben, dann spricht man ja davon, ähm, naja, inwieweit, also in, inwieweit halt sich, sich diese Kommunikationsstränge eben auch, die Systemtheorie, ähm, halt immer weiter fortsetzen, äh, und natürlich irgendwie dann psychische Systeme als, 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 äh, als Voraussetzung haben, nicht als die terminische Voraussetzung, sondern, ähm, als, ich komme ja mit hinreichend und notwendig durcheinander, ähm, ist das die notwendige Voraussetzung? Ohne, ohne, ohne die psychischen Systeme gibt es keine Kommunikation? Also zunächst, soweit wir wissen, also der, also einerseits, nein, notwendig, aber nicht die entscheidende, das ist, also soweit wir wissen, so könnte man sagen, ich glaube, das formuliert Luhmann auch irgendwo so, an irgendeiner Stelle, hat er, glaube ich, soweit wir wissen, äh, kann es ohne, äh, psychische Systeme nicht funktionieren, also die Gesellschaft, ohne nicht, aber, äh, die, also die, das ist eben eine Umwelt, äh, die entscheidende, die entscheidende Bedingung für das Zustandekommen von Gesellschaft ist Gesellschaft, beziehungsweise die, das ist die entscheidende Bedingung, also, es ist ja auch, und soweit wir wissen, geht es eben auch natürlich, ach so, genau, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, es ist Gesellschaft, Gesellschaft der Gesellschafter sagt ja, es geht nicht ohne psychische Systeme, es geht aber auch nicht ohne, äh, ein angenehmes Klima, es geht nicht ohne eine sichere Umdrehung, äh, um die Rotationsgeschwindigkeit der Erde, um die Sonne, es geht auch nicht ohne Jupiter, und es geht auch nicht ohne Wasser, also, das ist ja klar, weil das ja auch alles Bedingungen sind, für das Zustandekommen von Gesellschaft, äh, aber eben nicht die entscheidenden, ne, genau, das sind, wie, 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 das sind notwendige Bedingungen, aber keine hinreichenden. Genau, das ist die entscheidend, also, entscheidend ist für das Zustandekommen eines sozialen Systems, ist das soziale System selbst, nur das soziale System kann dafür sorgen, dass es zustande kommt, beziehungsweise, das ist dieselbe Formulierung, äh, äh, nur ein soziales, äh, derselbe Sachverhalt, nur anders formuliert, nur ein soziales System kann dafür sorgen, dass es weitergeht, also Menschen können dafür nicht sorgen. Darum hat er ja immer in seinen Seminaren, so sagt man, wenn da jemand störte, nicht eingegriffen, weil er könnte ja sowieso nichts machen, sondern gern geguckt, wie das System selbst, das Systemseminar, mit der Störung umgeht. Ja, also, und jetzt, René, können wir ja mal zu deinem Punkt kommen, mit der, mit der, mit der sogenannten Empirizität der Theorie. Also, ähm, kommen wir mal auf diesen Punkt mal zu sprechen, weil du sagst, das mit Bourdieu, das, das hat dir irgendwie eingeleuchtet, ähm, und, ähm, da würdest du sagen, so hast du es ja vorhin formuliert, da setzt man sich, da setzt man sich dann seinen, seinen, seinen Helm auf und seine Notizbuch, und dann kann man losmaßtieren, dann kann man ja was machen. Und das ging ja mit Luhmann nicht. Und das ist ein Irrtum, tatsächlich also zunächst, diese Unterscheidung von Theorie und Empirie funktioniert bei der Luhmannschen Theorie so nicht. Äh, weil, äh, weil Empirie niemals möglich wäre, ohne eine vorhergehende Theorie. Also, jede Empirie lässt sich nur, hat immer theoretische Voraussetzungen, einerseits, und andererseits. Darf ich da kurz, und andererseits. Darf ich da kurz einhaken? Ja. Ähm, weil, weil, das, das, das wollte ich auch gerade schon bei Popper, wollte ich schon vorhin sagen, als wir mit Popper gesprochen hatten, ähm, aber wirklich nicht, so, weil das ist ja auch, das ist ja auch der, das ist ja auch der Witz schlechthin, ne, also auch die Popper'sche, äh, Erkenntnistheorie, die ja unheimlich stark auf Empirie setzt, durch diese Falsifikation, naja, die braucht schon die Popper'sche Erkenntnistheorie vorweg. Wer? Wer? Die, also diese, aber das, glaube ich, erkennt auch Popper, soweit ich weiß, dass die Messinstrumente immer auch eine Mess, auf einer Messtheorie aufbauen, die dann irgendwann ihre Letztbegründung nicht mehr hat. Äh, Ja, das hat er schon gesagt, das ist schon bei Popper so, aber der Popper, bei Popper ist das Problem, das findet man nicht nur bei Popper, sondern das findet man eigentlich in der ganzen Erkenntnistheorie, in dem ganzen Idealismus und, ähm, in dem ganzen Widerstreit zwischen Idealismus und Materialismus, ähm, ähm, äh, das, das eben angenommen wird, insbesondere auch beim Marxismus findet man das, das immer wieder angenommen wird, ähm, es müssen sozusagen irgendwelche Notwendigkeiten vorausgesetzt sein. Also, also am Anfang stehen Notwendigkeiten, äh, äh, und, ähm, und Luhmann sagt, nein, am Anfang stehen Kontingenzen und nicht Notwendigkeiten. Ähm, 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 tatsächlich, und nur so können wir es dann auch erklären, also übrigens, das ist tatsächlich so, wenn wir, wenn wir annehmen, das ist ja genau der Witz an der Luhmannschen Theorie, dass ich ja zwei Dinge leisten muss, sie muss ja nicht nur leisten, etwas zu erklären, sondern sie muss innerhalb dieser Erklärung dann auch formuliert, auch erklären können, wieso man unter bestimmten Bedingungen es nicht erklären kann, also wo das Nichtwissen herkommt. Dass auch das ist, auch das ist dann ein theoretisches Problem. Wie kann es eigentlich sein, so müsste man es ja formulieren, äh, dass die Systemtheorie nicht im 19. Jahrhundert oder nicht im 18. Jahrhundert hätte formuliert werden können. Also das heißt, ähm, warum, ne, und das, das heißt also, also welche Probleme haben sich eigentlich in der Entwicklungsgeschichte der Gesellschaft, also in der Evolution der Gesellschaft selbst ereignet, die dafür sorgten, dass eben zu diesem Zeitpunkt diese Theorien aufkommen, ähm, und eine Theorie, die dann erklärt, äh, wie Gesellschaft funktioniert oder wie man Gesellschaft auffassen kann, muss dann auch erklären können, wie sie selbst zustande gekommen ist. Und man kann da nicht einfach sagen, der Theoretiker, also derjenige, der sie aufschreibt, äh, hat sie sich ausgedacht. Das hat der Luhmann übrigens auch mehrmals immer wieder betont. Er sagt, das meiste von dem, was ich da aufschreibe, das hab ich mir gar nicht ausgedacht. Das stammt gar nicht von mir, das stammt von anderen, was ja auch stimmt. Und er fügt hinzu, ohne den Zettelkasten, wäre es ohnehin nicht gegangen, weshalb der Zettelkasten eigentlich ein viel interessanteres Werk ist, als die Bücher, die er geschrieben hat. Ähm, und so. Also, aber nochmal zurück zu dem Thema Empirie, Empirie und Theorie. Diese Unterscheidung, also Empirie hat immer Theorie zur Voraussetzung. Das ist ja das alte Deduktion- und Induktionsproblem in der Philosophie, im 18., 17. und 18. Jahrhundert, da ist das entstanden. Ähm, was muss immer vorausgesetzt sein? Empirie hat immer Theorie zur Voraussetzung. Und andersherum, jede Theorie, wie auch immer sie beschaffen sein mag, oder was immer man von ihr halten mag, muss, um ihre Anschlussfähigkeit herzustellen, um anschlussfähig zu sein, auch immer ihre eigene Empirizität erzeugen. Das heißt, Theorie und Empirie fallen eigentlich bei Luhmann zusammen. Es gibt nicht nur Theorie nicht ohne Empirie und Empirie nicht ohne Theorie, sondern eigentlich müsste man sagen, die Unterscheidung ist überflüssig geworden, bei Luhmann. Und deshalb hast du sozusagen mit Theorie bei Luhmann genauso viele Probleme wie mit der Empirie. Genauso viel und genauso wenig, und in dem Fall natürlich genauso viele Probleme. Und du kannst eben nicht einfach, das ist ja genau der Punkt, was du eben vorhin meintest bei Bourdieu, da habe ich es anschließend ganz einfach. Und Luhmann würde dagegen einwenden und würde sagen, ja, das glaubst du immer, dass das alles ganz einfach ist. Aber das stimmt tatsächlich nicht. Das stimmt nur dann, wenn du ein Recht auf Indifferenz in Anspruch nimmst, dann kannst du dir so etwas leisten. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich gehe da hin, ich gucke mir das an, das, was ich sehe, das sehe ich wirklich und so. Da sagt der Luhmann, ja, was du da siehst, also nee, nee, also so ist das nicht. Das ist der Punkt. Und der zweite Punkt, das ist ja eigentlich das Interessante, was machen wir nach Luhmann? Also was machen wir, wenn wir Luhmann studiert haben? Was machen wir, wenn wir darüber, wenn wir das durchgearbeitet haben? Wenn wir, den Gedanken, der kam mir dann nach drei, vier Jahren der Beschäftigung mit Luhmann, kam mir der Gedanke. Und mein Gedanke war ganz klar, eines kann ich nicht, eines kann nicht die Folge sein, nämlich eine Luhmann-Schule, sich einer Luhmann-Schule zu unterwerfen. Das kann unmöglich der intelligente Fall anschließend sein. Und ich habe dann natürlich festgestellt, wenn man anfängt, dann darüber zu reden, dann hat man das nur mit Luhmannisten zu tun. Und da kann man eigentlich gar nicht mehr, man kann dann eigentlich mit Luhmannisten über Systemtheorie eigentlich gar nicht mehr reden, weil das bringt eigentlich nichts. Sie reden dann eben nicht, sie reden dann über Kommunikation, insofern sie gegenseitig ihre Literaturkenntnis haben. Aber wird es, dieses Warnschild jetzt mal kurz zwischenzuschieben und zwischen unserer Empirie, Theorie, Diskussion, würdest du jetzt, also wir haben ja hier im Sophie-Stammtisch auch so Schüler und Studenten, Studentinnen, die sich das anhören, so, jetzt ist da so ein kleiner Gymnasierst, der geht zur Uni und sagt, oh, jetzt habe ich das gehört, ich gehe jetzt ins Luhmann-Seminar. Schon der falsche Ansatz. Dann kommt er in den Luhmann-Zirkel, lernt Luhmann-Literatur und wird irgendwann dort initiiert und so. Das ist ja nicht der Weg, den du vorschlagen möchtest. Man kann das so machen. Also das ist ja der Punkt. Man kann das so machen, denn, das hatte ich ja gesagt, das Recht auf Indiferenz, kannst du uns anspringen, zu sagen, ich mache einfach das, was erwartet wird. Der interessante Fall ist doch, und der schwierige Fall, das würde ich sagen, ist eben ein anderer. Der schwierige Fall ist, wenn wir nun Luhmann ernst nehmen, dann würde ich sagen, also der schwierige Fall besteht nun darin, dass ich sage, es kann nicht nur sein, wie Luhmann das ja angenommen hat, zu Recht angenommen hat, dass also auch Biologen, auch Physiker, auch Psychologen, auch Informatiker können etwas zur Erklärung von Gesellschaft beitragen. Ja, deshalb hat er ja diese ganze Literatur ausgewertet, Informationstheorie, Komplexitätstheorie, Emergenztheorie und alles Mögliche. Ja, aber was musste er machen? Das war ja die Anschlussfähigkeit herzustellen. Er musste sozusagen das in die Anführungszeichen der Wissenschaftlichkeit setzen und damit eben solche Literatur auswerten und sich an solche Strukturen halten, die die Wissenschaftlichkeit immer schon garantiert haben. Das ist insbesondere das Organisationssystem Wissenschaft, die Universität, also die Bürokratie in erster Linie und natürlich die Referenz, die sich, die Textreferenzen, die sich daraus ergeben, dass es eben akademische Literatur ist. Und dann würde ich sagen, so kann man das machen und man kann dann anschließend Luhmann zitieren. Wenn dann die Bücher gedruckt sind, kann man es sich wieder einfach machen und anschließend Luhmann zitieren. Und dann würde ich sagen, nee, also es kann vielleicht sein, und das ist ja genau das, was Luhmann schreibt, die soziale Struktur ist nicht einfach da, sondern sie wird durch Beobachtung hergestellt und infolge ihrer Beobachtung wird sie geändert, die soziale Struktur. Das gilt auch für den Fall, dass eine Theorie zustande kommt, die die Struktur der modernen Gesellschaft beobachtet. Kann das sein, dass also in dem Augenblick, wo so eine Theorie wie die Luhmannsche Theorie zustande kommt, die nun das erste Mal etwas leistet, das die Soziologie immer versprochen hat, aber nie einlösen konnte, dieses Versprechen, nämlich Gesellschaft zu erklären. In dem Augenblick kann das vielleicht sein, dass jetzt die Gesellschaft aufgedeckt wird und dass in dem Augenblick, die Struktur der Gesellschaft aufgedeckt wird, in dem Fall ist es die Differenzierungsform, und kann das vielleicht sein, dass in dem Augenblick, wo das geschieht, die Gesellschaft selber sich ändert. Das Problem mit der Empirie, also wenn man als reiner Empiriker rangehen würde, wären deine Daten dann nicht mehr reproduzierbar, weil du hast durch die Beobachtung es geändert und wenn ein anderer rangeht, sagt er, ich habe ja ganz andere Daten. Also es gibt ja auch diese Diskussion in der nicht-Luhmannschen Soziologie, dass die Soziologie ihren eigenen Gegenstand mit kreiert und durch ihre Beobachtung und Daten, die sie dann veröffentlicht, zu politischen Entscheidungen und so weiter führt, ohne es wirklich so zu merken, die dann ihren eigentlichen Gegenstand, also da hört die tatsächlich auf, die Trennung von dem zu Beobachtenden und dem Beobachter. Und ja, okay, das ist dann natürlich ein Problem, weil es immer heißt, also von naturwissenschaftlicher Sicht, es muss alles replizierbar sein, immer wieder, ne? Ja, das stimmt ja, das glauben die ja auch schon lange nicht mehr. Das wird zwar behauptet, aber das hängt nur damit zusammen, weil sie eben einfach nur liebgewonnene Gewohnheiten immer wieder betreiben. Das glauben Physiker, die ihren Fach, insbesondere Quantenphysiker, die glauben das schon lange nicht mehr. Und die reiten da auch nicht wirklich, also das ist auch nicht mehr der interessante Fall in der Wissenschaft, also die Wiederholbarkeit. Aber lassen wir das nochmal eben beiseite. Was ich sagen wollte ist, in dem Augenblick, wo so eine Theorie aufkommt, wie die Systemtheorie, die jetzt das erste Mal ein Versprechen erfüllen kann, dass die Soziologie, sagen wir, seit es sie gibt, seit 100 Jahren ein Versprechen abgegeben hat, jetzt wird es erfüllt. Jetzt kann man Gesellschaft erklären und das ist ja nicht wichtig. Es geht nicht darum, dass sie wahr ist, die Erklärung. Es geht nicht darum, dass sie alles erklärt, sondern es geht darum, dass sie alle sozialen Sachverhalte gemäß derselben Theorie erklärt. Das ist ja genau das Konzept bei Luhmann. Es wird nicht alles erklärt, aber alles, was erklärt wird, ist soziale Realität. Also Wirtschaft ist genauso soziale Realität. Geld ist soziale Realität. Kunst ist soziale Realität. Und nicht etwa, für Kunst brauche ich eine andere Theorie, sondern ich brauche eine Theorie. Aber das mit trotzdem, dein Punkt, es geht nicht darum, dass sie nicht wahr ist. Das, glaube ich, würden sich viele dran stoßen. Aber das ist nicht der intelligente Punkt. Man kann die Wahrheit der Luhmannschen Systemtheorie bestreiten. Ist das wahr, dass es soziale Systeme gibt? Und Luhmann hat das auch getan übrigens. Es gibt Erkenntnis als Konstrukt. Da hat er das durchaus den Gedanken durchgearbeitet, dass es vielleicht nicht wahr ist, dass es soziale Systeme gibt. Okay. Aber trotzdem hast du, wenn du bei Naturwissenschaftlern oder bei Statistikern, die sagen auch, wir nutzen Theorien, ob die wahr sind, das lassen wir immer dahingestellt. Unser Kriterium ist, nicht nur können sie was erklären, können sie Prognosen abgeben. Und eine Theorie, die gute Vorhersagen macht, die muss nicht wahr sein, die nützt uns aber für Prognosen. Und da würde ich mal fragen, wie ist denn das in der Systemtheorie? Soweit ich weiß, eignet die sich gut zur Beschreibung, aber für Prognosen, aber da bin ich auch nicht so informiert. Ja, weil eben genau dieser Punkt, weil diese Unterscheidung in Theorie und Empirie bei der Systemtheorie sozusagen zusammen, die bricht zusammen, diese Unterscheidung Empirie und Theorie, die bricht zusammen. Es ist eben nicht so, dass man eben irgendeine unberührbare Wirklichkeit, der systemtheoretische Empiriker, der findet sich immer schon in Kommunikation verwickelt. Der hat also nicht sozusagen diese Bequemlichkeit zu sagen, da gibt es irgendeine objektive Realität, die bleibt zunächst mal unberührt. Weil dieser Kreislauf zustande kommt, du veränderst es wieder und es verändert dann deine Grundannahmen für die Beobachtung. Also das findet im psychischen System statt, die Selbstveränderung, aber die findet eben auch im sozialen System statt. Die sozialen Systeme sind ja keine psychischen Systeme, die sind ja voneinander vollständig getrennt. Also wenn du mich jetzt reden hörst, um mal an dem Punkt als Beispiel zu wählen, wenn du mich jetzt reden hörst, dann hörst du keine Kommunikation, sondern was du hörst, sind Geräusche. Und Geräusche sind keine Kommunikation, Geräusche, Kommunikation kannst du in diesem naiven empirischen Sinne, in diesem naiven transzendentaltheoretischen Sinne, der von Empirie, also sofern es die Sinne betrifft, hören, riechen, sehen, schmecken oder so, kannst du Kommunikation nicht sehen. In diesem Sinne wäre Kommunikation nichts Empirisches, weil das, was du hörst, sind Geräusche und das ist keine Kommunikation. Und das, was du fühlen kannst, das ist Materie, tasten kannst oder was du riechen kannst, sind irgendwelche chemischen Partikel oder so, aber das ist alles keine Kommunikation. Kommunikation ist sozusagen die Irritabilität über ihre eigene Ordnung und über ihre eigene Ordnungsmöglichkeit und die Irritabilität über die Kontingenz. Also die Tatsache, dass du es verstehen kannst, was ich sage. Diese Tatsache, dass du das verstehen kannst, das kann nur Kommunikation, denn du kannst das nicht einfach herstellen. Dass wir das glauben können, hängt eben damit zusammen, dass wir gut trainiert sind an der Beteiligung von Kommunikation. Wir haben ja natürlich eine Lebensgeschichte, wir können ja auch Bewusstsein entwickeln und du hast ja auch vergessen, wann du angefangen hast zu denken und so. Und deshalb erscheint uns Kommunikation als reduzierbar auf Mitteilungshandeln. Also in dem Augenblick, wo ich sage, ich kommuniziere jetzt, weil ich rede, aber das ist nicht so. Tatsächlich, meine Rede ist keine Kommunikation. Und dein Zuhören, also dein Nichtreden, dein Nichthandeln ist auch keine Kommunikation, sondern die Kommunikation ist das, was dafür sorgt, dass wir das tun können. Also das ist Kommunikation und in diesem Sinne ist sie sehr wohl etwas Empirisches, insofern, als dass du ihren Ablauf testen kannst und das kannst du durch Störungen beziehungsweise durch Irritationen. Da kommt wahrscheinlich dann die Wissenschaftsinstitution mit ihren Kriterien für empirische Forschung daher, die dann, da gibt es ja schon Streit zwischen qualitativer und quantitativer Forschung, wo quantitative Forscher sagen, qualitatives Forschen ist keine Empirie. Also das sind ja handfeste Prügeleien, die da ausgetragen werden. Und da tut sich, glaube ich, die Systemtheorie schwer. Also was heißt schwer? Also das scheint im Moment politisch inkompatibel, weil es geht um Zahlen, um Prognosen. Und wer das liefern kann, der kriegt den Stempel Wissenschaft. Und was mich ein bisschen, nicht wundert, aber was mich dann interessieren würde, aus Sicht eines systemtheoretischen Historikers vielleicht, warum Luhmann früher so massiven Erfolg hatte mit seiner Theorie. Also er war ja ein Gott quasi, oder? Er riecht mich da? Er war doch ein Star. Und jetzt doch in, naja, jetzt ist es, weiß nicht, ein bisschen Leichenflatterei, aber so richtig in den Schlagzeilen sind ja die Theoretiker nicht so. Also es gibt ja drei Phasen. Die erste Phase ist ja, wo der Luhmann angefangen hat. Das war Ende der 60er Jahre, ist er irgendwann Professor geworden. Und dann waren die ersten Schriften, du musst ja sehen, das hat am Anfang ja überhaupt, warum konnte der Luhmann überhaupt Professor werden? So einfach, das ging damals, Ende der 60er, warum? Das ging, weil damals massiv Personal gesucht wurde an den Universitäten. Es wurde also wirklich, die Leute haben ihre Doktorarbeit abgegeben und wurden gleich schon angeregt, gleich einen Anruf, wollen sie nicht Professor werden? Hier in Hessen war das so, da gab es diese Institution der Hessen, der sogenannten Hessen-Profes. Das waren Leute, die hatten, ja das war so, die hatten ihre Dissertation abgegeben, die hatten die, also im Prüfungsbüro eingereicht, schon kriegten sie Anruf, er soll doch bitte irgendeine Urkunde unterschreiben, wenn wir Habilitationenverfahren, um das Habilitationsverfahren einzuleiten und das waren die sogenannten Hessen-Profes, die kriegten dann eine Hessen-Professur, die durften, also diese, galt dann nur in Hessen, diese Habilitation. Das haben die gemacht, weil damals Universitäten ausgebaut oder eben wie in Bielefeld neu gegründet wurden und dann brauchten die massiv Personal und wer konnte eben Professor werden? Im Grunde genommen jeder, der an diesem Augenblick gerade an einem richtigen Ort war, hier in Marburg beispielsweise, führte das dazu, dass Verfassungsgegner Professoren wurden. Also bei uns hier in Marburg war das so, dass in den 70er Jahren, da hat der Verfassungsschutz mit im Hörsaal gesessen, die haben das auch nicht heimlich getan, sondern der Professor hat dann freundlich nicht nur die Studenten begrüßt, sondern auch die Damen und Herren vom Verfassungsschutz hat, die mitbegrüßt. Guten Tag meine Damen und Herren vom Verfassungsschutz, bitte schreiben Sie mit. Also die haben dann da im Hörsaal gesessen, also weil das Kommunisten waren, hier in Marburg, in der Politologie, Politikwissenschaft und in der Soziologie und da gab es eine ganze Menge, das waren auch übrigens eine ganze Menge Eierköpfe dabei, also eine ganze Menge inkompetente Leute in den Fachhochschulen, in den Universitäten, die haben einfach eine Doktorarbeit abgegeben und wurden im Schnellverfahren habilitiert. Das waren dann eine ganze... Die reinsten Kontingenzprofessuren. Das waren dann eben ganz viele, die sich dann einfach den Rest ihres Lebens dann den Arsch abgesessen haben. Ich habe in Marburg eine ganze Menge von diesen Professoren kennengelernt, die einfach nur da rumgesessen haben und darauf gewartet haben, dass die Zeit vergeht. Und unter diesen Bedingungen konnte eben auch so ein No-Name-Mann wie Luhmann, so ein akademischer Wurzelsepp, der konnte eben Professor werden. Ich habe das gelesen, ich kann mir das durchaus vorstellen. Dieser Helmut Schelsky war damit beauftragt worden in Hamburg, da diesen Lehrstuhl in Bielefeld einzurichten und so wie ich das gelesen habe, muss das so gelaufen sein. Der hat den Luhmann angerufen, hat gesagt, hier, wie ist das? Wollen Sie da diese Professur übernehmen? Tak, tak, tak. Und dann hat das geklappt. Und schon war er habilitiert. Und das ist das Interessante. Und jetzt, was hat Luhmann gemacht? Der hat nun verstanden, der hat das beobachtet. Damals, Ende der 60er, in den 70er Jahren, diese ideologischen Blockaden in der Soziologie selber, aber natürlich auch die ideologischen Blockaden in der Gesellschaft. Da ging es ja um die deutsche Teilung, um den Rüstungswettkampf. Da ging es um Sozialismus, da ging es um diese ganzen idiotischen Ideologien und er hat sich da einfach rausgehalten. Also das ist ja das Tolle, was der gemacht hat. Der hat gesagt, das, da mache ich nicht mit. Ich halte mich da raus. Die Unterscheidung zwischen kritischer Theorie und empirischer Soziologie. Ich ordne mich da nicht unter, sondern ich mache was anderes. Ich fange einfach anders an. Ich fange neu an. Ich fange auf eine Weise an, die für Soziologen unbekannt ist. Und ich bringe etwas in die Soziologie hinein, dass in der Soziologie selber nichts zur Kenntnis genommen wurde. Und das war am Anfang nicht besonders relevant. Also Bielefeld, Soziologie, Bielefeld, das war, da spielte nicht die Musik in Sachen Soziologie. Die Musik spielte in Frankfurt, die spielte in Hamburg, die spielte in Köln und in Berlin. Soziologie war Wasserpumpenverkauf in der Wüste. Da wollte keiner hin. Und Luhmann ist ja erst dann in dem Augenblick interessant geworden, in den 80er Jahren, als diese ideologischen Blockaden dann so langsam doch sich erschöpft hatten, diese ideologischen Diskussionen. Die hatten sich erschöpft. Und dann auf einmal, ich habe das also in den 90er Jahren erlebt in Marburg, ich habe in den 90er Jahren studiert. Da waren Dozenten und Professoren, die ihre letzten 20 Jahre nichts anderes getan hatten, als kritische Theorie von Anfang bis Ende und von Ende bis Anfang jedes Semester zu wiederholen. Und die dann gemerkt haben, jetzt geht es nicht mehr. Und die auf einmal Seminare angeboten haben über Systemtheorie. Also in den 90er Jahren. Und da auf einmal war klar, diese ideologischen Diskussionen haben sich verbraucht. Diese Blockierungen haben sich selbst geschwächt. Und dann auf einmal konnte jetzt die Frage nach Alternativen aufgeworfen werden. Und jetzt konnten die Verlage natürlich dann wie an der, standen sofort bei Fußabgleich, okay, wir drucken. Und jetzt gab es diesen Luhmann-Hype in den 80er vor allen Dingen, in den 90er Jahren, 80er und 90er Jahren. Ja. Und dann war es neu und dann wurde es diskutiert. Und dann waren alle ganz aufgeregt und alle redeten durcheinander. Ist klar. So, und nachdem Luhmann dann gestorben war, was ist passiert? Jetzt ist derjenige gestorben, den man darauf ansprechen konnte. Und jetzt passierte eben zweierlei. Einerseits, die Verlage drucken nur noch, also es hat sich eine Schule gegründet. Und das ist die eine Weg, wie man, das ist so der Deine Vermeidungsweg, wie man mit dem Problem Gesellschaft zurechtkommt, indem man eine Schule gründet und der andere Vermeidungsweg ist eben, indem man ihn kanonisiert. Indem man ihn einfach zum Klassiker erhebt und ihn dann genauso behandelt, wie man Max Weber behandelt oder Simmel. Man stellt einfach ein nächstes Buch ins Regal und sagt, das ist ein Klassiker. Fertig. Und dann wird dann drüber mal ein Seminar geredet und dann äußern verschiedene Leute verschiedene Meinungen und das war es dann wieder. Also das sind die zwei wesentlichen Wege, Theorievermeidungswege, wie die Bürokratie, die Wissenschaftsbürokratie darauf reagiert, Schule gründen oder eben kanonisieren. Aber trotzdem wäre es ja möglich gewesen, dass sich jetzt vielleicht nicht die Schulen für ihn, also der Wissenschaftsbetrieb für ihn interessiert, sondern so wie bei Ulrich Beck zum Beispiel, halt viel drumherum, Politik und so weiter. Und trotzdem interessiert sich die Politik ja jetzt nicht so stark. Aber wir haben ja schon verstanden, wieso. Also die will ja Sicherheit, Zahlen, Fakten und das erschüttert ja die Systemtheorie. Also ich sage dir jetzt eine ganz mutige Voraussage. Okay, warte, ich schreibe mit. Die mutige Voraussage, die kannst du vielleicht auch posten, damit man das versucht. Ich sage eine Luhmann-Renaissance voraus. Ja, und das wird sich auch ergeben. Die stimmt auch, das wird sich auch erfüllen. Und zwar deshalb einfach, weil die Verlage immer nach neuen Verkaufserfolgen suchen, Verkaufskonzepten suchen und irgendwann ist Luhmann einigermaßen in Vergessenheit geraten und dann kann man wieder von vorne anfangen. Deshalb wird es irgendwann eine Luhmann-Renaissance geben in den nächsten paar Jahren. Also aus reiner Marketing-Sicht. Ja, aber auch an den Universitäten. Das ist ja klar. Irgendwann geregelt es in Vergessenheit beziehungsweise man hat, und dann auf einmal entstehen irgendwo und irgendwie entstehen auf einmal Erwartungen darüber, dass man mit der Diskussion nach vorne anfangen kann. Das ist übrigens keine sehr riskante Prognose, und zwar deshalb, weil es diese Renaissance, seit es Wissenschaft bürokratisiert wurde, immer gegeben hat. Immer. Marx kam ja auch wieder. Genau. Also eine Renaissance, die Kant-Renaissance hat es im 19. Jahrhundert gegeben, in den 70er, 80er Jahren. Die Neukantianer hat es eine Kant-Renaissance gegeben. Genau, Marxismus ist eigentlich erst da, ist eigentlich überhaupt erst durch eine Renaissance in der Wissenschaft diskutierbar geworden. eine Renaissance, eine Freud-Renaissance hat es in 70er Jahren, 80er Jahren gegeben, mit Lacan dann und so weiter in Frankreich. Und eine Luhmann-Renaissance wird es auch geben. Also das ist keine sehr mutige, das ist keine sehr mutige Prognose, die wird sich erfüllen, weil einfach die Systeme so zuverlässig funktionieren, dass sie ... Ja, aber ist dieser Umgang von Wissen, dieser Verlauf, halt dieses, sage ich mal, Abschotten gegen Theorien, also was du sagtest, also gegen diese Theoriearbeit durch Kanonisierung und Schulenbildung und dann folgende Renaissance, ist das vielleicht, also um in der Nomenklatur von Systemtheorie zu bleiben, um umgehangen mit Wahrheit, also Wissenschaft ist ja im Prinzip das, was, also im Prinzip der Diskurs, in dem Wahrheit produziert wird, also auch wieder im Sinne nicht von einer Essenz, wenn man so will, die wahr ist, sondern halt in so einem, naja, Sinne von, ja gut, Wahrheit ist das, was als Wahrheit behandelt wird. Weil, weil das hat ja, also das hat ja, das hat ja auch, das hat ja auch, wenn man so will, für, in gewisser Hinsicht hat das Vorteile, dieses, diese Kanonisierung und Schulenbildung, weil, naja, man muss, man muss nicht immer wieder anfangen. Man kann, man kann zitieren und man kann praktisch, weil man, es gibt ja diese, soziale Systeme und Bezugssysteme sind stabil genug, dass irgendwie ein regelmäßiger Anschluss auf gewisse, auf gewisse Dinge ermöglicht wird und das, das ermöglicht darauf, denn, wenn man so will, ist jetzt ein bisschen lapidar, darauf weiter aufzutürmen. Und bis, bis irgendwann, ähm, naja, ähm, ich, ich glaube, in der Realität der Massenmedien war das, ähm, also dem Buch nicht, der Realität, naja, die, Volumen, ähm, Volumen, ähm, das, äh, einen interessanten Gedanken formuliert und zwar, dass, äh, also, dass, ja, Systeme, äh, dazu, also immer weiter Komplexität aufbauen in ihrem Verlauf und dass Sprache, ähm, oder Kommunikation als System, äh, so diese Eigenart hat, wenn es genug Komplexität aufbaut, was normalerweise auch zu, äh, also was normalerweise zu Stabilität führt, ähm, wegen der verbesserten Reaktionsfähigkeit auf, auf, auf Umwelten, dass es da dann destabilisierend wirkt, weil die, weil die Komplexität so weit aufbaut, dass es die Eigenlagen, also dass die eigenen Grundlagen auf einmal wieder vorkommen und dann, äh, kontingent werden und so weiter und das ganze System dadurch destabilisiert wird und dass es dieser Punkt ist und dass dann nach Alternativen geguckt wird, dass es dann zu Renaissance kommt. Das war ja jetzt auch 2008, als die, als, als, als die so, also, das wurde dann die, die Finanzkrise genannt, ähm, äh, als die dann hinzu kam, so, und dann auf einmal wurde Marx wieder entdeckt. Dann hieß es überall, dann gab es überall diese kleinen Flyer, wo Marx mit, mit Dona Cappy drauf war und dann, äh, das Kapital lesen, äh, drauf stand, so. und da gab es dann auch, gab es dann auch eine Renaissance, so die, 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 die Theorie hat sich, hat sich, hat sich selbst destabilisiert, weil irgendwo der Punkt kam, dass, äh, dass, naja, eine Theorie, die auf Voraussagen, die Voraussagen einfach nicht mehr funktioniert haben und dann irgendwie Begründungen gefunden wurden, warum das auch so ist und das war ganz schrecklich für die Theorie und dann kam es zu einer Renaissance einer anderen, die jetzt natürlich dann im Falle von Marx, nach dieser kurzen Renaissance, aber auch relativ schnell wieder, wieder, äh, in der, in der, also, in ökonomischer Hinsicht dann auch relativ schnell wieder verschwunden ist. Ich meine halt so in, bei, in, in, in Soziologie-Kreisen gibt es ja immer so diesen festen, diesen, gibt es immer feste Anteile, bei denen man rechnen kann, dass da, äh, sich für Marx interessiert wird. Ich hätte da eine Ad-Hoc-These zu. Oh ja, meine Ad-Hoc-Thesen sind meine Lieblings-Thesen, das weißt du. Was haltet ihr davon? Ist jetzt wirklich Ad-Hoc. Wie alles. Gesellschaften, in Gesellschaften haben Theorien, also, nein, anders, in Gesellschaften ohne Krisen, wird auf Prognosetheorien gesetzt, also alles, was irgendwelche Prognosen hergibt, Zahlen, in Gesellschaften mit Krisen, setzt man auf Erklärungstheorien, nämlich solche, die erklären, wie das überhaupt zustande kommen konnte, was hier passiert. Quasi, eine quasi religiöse Sache, so wie, äh, wir, wir brauchen irgendwas, warum ist das hier passiert? Ist jetzt nur eine Ad-Hoc. Müssen wir mal überlegen, äh, was haltet ihr davon? Naja, ich finde das jetzt so erstmal, also ich finde, ich finde das eine ganz charmante These, so und, die durch, also die Ömer-Sympathie hat. Ich kenne keine Nicht-Krise, ich kenne keinen Nicht-Krise-Zustand. Naja, gut, die, aus einer analytischen Sicht nicht, aber so, ich sage mal, der kleine Bürger, der kleine Mann, so, der kleine Mann, der empfindet ja eine Krise oder eine Nicht-Krise. Und die Finanzkrise, was ging der voraus? Eine relative, empfundene Stabilität, dass Soziologen diese Finanzkrise vorausgesehen haben und so. Das ist die eine Sache. Aber ich spreche jetzt so von dem kleinen Mann-Empfinden. Oder wenn man so will, so die allgemeine Hintergrund-Realität. Also es gibt ja so ein, es gibt ja schon so ein, so ein allgemeines Bezugssystem. Und das, das definiert ja auch, auf was ich wie bezogen werden kann. Und dann würde ich. Also das spricht jetzt nicht von Wirklichkeit. Also Krisen haben wir ja, ja, je nachdem, wie man den Blick drauf wirft, tatsächlich immer. Aber also in der M-Sinne würde ich, also so, ich denke, ich kann das jetzt so paraphrasieren, dass du im Prinzip dann auch halt, die Krisen, die dann auch halt so, als, von denen gewusst wird allgemein, dass sie als Krisen, äh, gelabelt. Naja, also die Zuschreibung, zugeschrieben werden, Krisen, denen der Krisenstatus auch zugeschrieben wird. Und es gibt wahrscheinlich auch Krisen, denen der, in der Öffentlichkeit nicht so zugeschrieben wird. was aber bei soziologische Betrachtung wahrscheinlich auch als Krise deklariert werden müsste. Genau, aber das ist ja, soziologische Betrachtung ist dann ja nur eine Perspektive. Ich meine, die ganze, die ganze neoliberale, äh, Erstarkung, so, in, 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 in Anfang der 2000er, das ist ja, nun, das ist ja für viele eine Krise gewesen. Es wird aber als Stabilität deklariert, ja, aber es hat halt, ja, wahrscheinlich das eine oder andere Opfer gefordert, und, ähm, für die ist das eine Krise. Also es geht tatsächlich hier in dieser Ad-Hoc-These darum, äh, was wird gelabelt mit dem Begriff Krise oder nicht. Also wir müssen hier immer, Klaus, wir müssen hier immer auch Ad-Hoc-Thesen aufstellen. Das ist, das, das Ganze hier ist ja im Prinzip sowieso, also ich, 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 ich mag ja Ad-Hoc-Thesen sehr, ich bin ja, ich bin ja, äh, ich bin, ich bin ja, wenn man so anhält, Verteidiger des, äh, des, 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 äh, theoretischen Rauschens. das, man, man, man setzt sich, man setzt sich allen möglichen Einflüssen auf, und das ist dann so ein, so, ähm, auf welchem Gebiet auch immer, und während, und, und das prasselt alles auf einem ein, und das ist eigentlich, das ist eigentlich chaotisch und so, und, aber irgendwie, also es ist, es vermengt sich zu einem allgemeinen Rauschen, aber irgendwann, also zwischendurch, formen sich so klein, formen sich so Muster aus diesem Rauschen, und die müssen dann schnell formuliert werden, in einer Ad-Hoc-These, bevor, bevor sie wieder verschwunden sind, um sie schnell in die Welt zu entlassen, bevor sie nur, äh, dann, wenn sie ja, wenn sie ja nicht, äh, in die Welt entlassen werden, dann ist es hier nur eine Person. Also, zwei Punkte, hab, zwei Pluspunkte, hab ich jetzt bei der Systemtheorie mir gemacht. Das eine ist die Versöhnlichkeit, etwas mit der Empirie, die du mir erklärt hast, Klaus, ähm, das leuchtet mir ein, halte ich aber jetzt im Berufskontext zum Beispiel schwierig zu verwirklichen, also jetzt irgendwelchen, äh, also wenn ich jetzt mit Daten, also mein Job ist ja, ist ja das Controlling mit Daten, äh, da, ähm, den zu vermitteln, die Trennung von Zahlen, von, also, naja, wie auch immer, haben wir ja genügend Bereichen besprochen, äh, ist wahrscheinlich schwierig, in der Institutionalisierung von, von Wissen, aber was, was, was ich auf jeden Fall gut finde, Leute, die sich mit Systemtheorie beschäftigt haben, die können immer sehr gut erklären. Also, also du kannst denen sagen, hinlegen, was du willst, die können eine Stunde drüber. Also, um mal kurz auf dieses Problem zu kommen, wie, mit deiner, mit deiner Frage der, der beruflichen Verwendung, also, also, ich will, ich will dich mal über etwas informieren, das dich erstaunen wird, René, äh, und du wirst jetzt wahrscheinlich vor Überraschung in Ohnmacht fallen, ich möchte dich, ich möchte dich darüber informieren, dass es Internet wirklich gibt. Also, ähm, das ist eine, das ist, diese These, das ist eine Ad-Hoc-These, Internet gibt es wirklich, das ist eine Ad-Hoc-These, die ich ohne Erkenntnis theoretischen Zweifel vortrage, äh, und daraus folgt etwas, also, zunächst, du bist da, als, als Controller an den Universitäten, und du musst da niemandem etwas vermitteln, und du brauchst da auch niemandem etwas vermitteln, weil, äh, das ist eigentlich ziemlich egal, wenn du den Job nicht machst, dann macht ihn ein anderer, und ob du ihn so oder so machst, äh, würde ein anderer diesen Job, äh, machen, dann würde ein anderer ihn nicht viel anders machen, also vielleicht etwas anders, weil jeder Mensch ist natürlich, von der Individuell her natürlich schon ein anderer, aber so viel anders auch nicht, weil die Organisation, in dem Fall die Universität, genaue Vorgaben, ähm, darüber formuliert, wie es zu gehen hat, und da kannst du machen, was du willst, äh, das änderst, das änderst du sowieso nicht, da kannst du, äh, da kannst du Kritik üben, so viel wie du willst, du kannst es genauso gut lassen, so, also insofern würde ich ein altes Jesuswort, äh, dir empfehlen, aus der Bibel, da geht ja gefragt, ob man am Sabbat, mit Jesus, ob man am Sabbat irgendwie Menschen helfen darf, oder so, weil das ja am Sabbat irgendwie verboten ist, sich zu bewegen, und, äh, da sagt Jesus irgendwie, gib Gott, was Gottes ist, äh, und gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, also damit ist, soll man am, ach, es ging um, ähm, Steuern, irgendwas, um die Steuern ging es, um die Münze, ja, und dann sagt er eben diese Münze da, und sagt, die Münze hat zwei Seiten, auf der einen Seite ist der Gott, und der anderen Seite ist, äh, der Kaiser hat gebildet, und er sagt, gib Gott, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, also der Kaiser halt, der Kaiser verlangt Loyalität, der Kaiser verlangt Unterordnung, der Kaiser verlangt, ähm, der Kaiser verlangt Gehorsam, und so etwas, und dann sagt der liebe Jesus, ja, gib ihm das, aber das ist ja nicht die ganze Sache, das ist nicht die ganze Wirklichkeit, die du hast, es gibt eben noch auch einen Gott, und so, und wir haben natürlich keinen Gott, aber wir haben Internet, so, äh, und wenn, ähm, also du musst da niemanden von irgendetwas überzeugen, das bringt auch nichts, sondern tu einfach, was man dir sagt, äh, und fertig, und aber, und das ist eben so der Punkt, äh, diese Universitäts, diese Organisationssysteme, in dem Fall ist es Universität, aber es ist, würde sich, es wäre auch nicht viel anders, äh, wenn du in einem Konzern arbeiten würdest, oder würdest du in einem Verband arbeiten, oder in irgendeinem Verein, das ist nicht viel anders, äh, äh, da, da gibt es nicht viel Dinge, wo du glauben könntest, du könntest dann etwas in Bewegung setzen, das ist alles abgefahren, äh, alles abgefeiert, und da ist alles, das sind abgebrannte Tempel, ähm, äh, und was da passiert ist, in diesem abgebrannten Tempel, da wird die Asche verwaltet, ähm, ähm, äh, das kannst du, das ist genau das, was du tust, äh, dein täglicher Job ist Verwaltung von Asche, aber, und das ist ja jetzt der entscheidende Punkt, lass uns doch mal, äh, aufhören über soziologische Literatur zu sprechen, ähm, lass uns mal anfangen über Gesellschaft zu reden, ähm, ich hatte vorhin gesagt, also, tatsächlich Gesellschaft sich ändert, aber dann müsste, äh, sozusagen es irgendein Indikator für diese Art von Veränderung geben, sprich, es müsste eine andere Art von Kommunikation möglich sein, ähm, denn, äh, wenn das nicht der Fall ist, dann, ähm, äh, dann, äh, äh, hätte auch die Systemtheorie nicht zustande kommen können, tatsächlich haben wir eine andere Art von Kommunikation möglich, äh, und das ist tatsächlich Internet. Äh, äh, und ich glaube nun, ähm, da ist sozusagen, da ist das, da ist dein Forschungsfeld, da ist, da ist viel zu gewinnen, äh, da ist viel zu, äh, zu probieren, weil nämlich da, da würde ich sagen, René, da ist der interessante Fall für dich, also, wo du, wo, da gibt's was zu erforschen, da gibt's Dinge zu entdecken, äh, die, die nicht bekannt sind, da gibt's, da gibt's keine Routinen, da gibt's keine Verlässlichkeiten, da gibt's keine eindeutig festgelegten Erwartungs, äh, ähm, äh, 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 da kannst du tatsächlich, ähm, ähm, da sind die Strukturen, um die es geht, gerade was, ob das nun Facebook ist, oder ob das Twitter ist, also diese ganze Sache, da fängt das an interessant zu werden, ähm, und, und, und da, äh, also sozusagen, der Unwissenschaft, der nicht wissenschaftliche, der nicht wissenschaftlich, die nicht wissenschaftliche Befassung mit Gesellschaft, die finde ich, die ist viel ertragreicher, ähm, für eine, für das, was du eine Unterscheidung zwischen Theorie und Empirie nennen möchtest, die, oder eine Unterscheidung, die ich nicht vornehmen wollte, aber egal, äh, da, äh, ist was zu finden, da ist was zu holen, da ist was zu machen, weil da gibt es, da ist sozusagen Wüste, da ist, oder nicht Wüste, da ist Wildnis, und in dieser Wildnis, äh, ich sag, ich nenne das mal Internet, das ist eine soziale Wildnis, äh, 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 werden die Forscher gebraucht, und nicht etwa, in den Archiven und in den Bibliotheken und in den Bürostuben, da, was du da machst, das ist halt, naja Gott, damit verdienst du dein Geld, das ist das, was du dem Kaiser geben musst, aber die intelligenten Dinge, die findest du woanders. Also das Geld nicht verdienen, dort wo es Sinn macht. Das Geld da verdienen, wo du es kriegst, also das ist klar, also, äh, aber das ist ziemlich, also ehrlich gesagt, also wenn das nicht gerade, wenn das nicht gerade bei der Mafia ist, oder so, dann ist es eigentlich ziemlich egal, wo du dein Geld verdienst, entscheidend ist, was sagen wir, was entscheidend ist, ähm, ähm, entscheidend ist, ähm, ähm, welches Problem hast du eigentlich mit Gesellschaft? Und diese Probleme mit Gesellschaft können in der Organisation, in dem Fall in der, in der, in der Universität, insbesondere auch in der Soziologie, eigentlich gar nicht mehr besprochen werden. Soziologen können fast nicht über Gesellschaft reden, was sie sehr gut können, was sie sehr einfach können, äh, ist über soziologische Literatur zu reden, äh, 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 dann können sie nur miteinander reden, äh, und dann können sie sich eben gegenseitig immer nur Dinge sagen, die sie schon kennen, beziehungsweise sie können immer nur gegenseitig Literaturkenntnis abprüfen. Und das ist ziemlich, 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 nicht nur ziemlich langweilig, sondern das ist auch ziemlich dumm. Und das bringt auch nichts, ähm, Gesellschaft besteht nicht aus Texten, und die Gesellschaft besteht auch nicht aus soziologischer Literatur. Die Gesellschaft besteht aus Kommunikationen. Äh, und, ähm, und wenn du wissen willst, oder wenn man wissen will, wie man, wie man Gesellschaft, äh, wie man Kommunikation und Gesellschaft fassen kann, dann, würde ich sagen, suche dir irgendwo eine, suche dir die Wildnis, und nicht, äh, das kleine, das kleine Reich, äh, wo du der König bist. So, äh, und das kannst du dazu, denn, denn übrigens, und das ist ja der Fall, du machst es ja schon, du lässt dich ja in Kommunikation verwirken, darüber hatten wir ja gesprochen, vorige Tage, du betreibst ja dieses Podcasting, du betreibst Twitter, du, du hast ja keine Einwände dagegen, dich auf diese Weise, äh, beobachten zu lassen, äh, dich daran zu beteiligen, und da würde ich sagen, indem du dich auf diese Weise da beobachten lässt, äh, äh, da kannst du vielleicht was lernen, äh, und zwar vor allen Dingen Dinge lernen, die noch nicht gelernt wurden, denn da fängt die Wissenschaft ja immer an, interessant zu werden. Lerne Dinge, wo es, für die es keinen Lehrer gibt, da fängt die Wissenschaft an. Da, Han, wenn du das machst, als, jetzt nicht als Fertigstudierter, sondern noch als Schüler oder so, kannst du aber darüber nicht abgefragt werden, und das passt nicht zu unserem Benottrungssystem, dann bist du nicht mehr kompatibel mit dem Schulsystem, weil es muss ja auch irgendwie abgefragt werden. mit überhaupt niemandem reden drüber, also das ist doch der entscheidende Punkt, du wählst ein Pseudonym, du kannst, du wählst ein Pseudonym, du musst doch, du musst doch, du bist doch nicht, du bist doch nicht ein Sklave irgendwo in einem Gefängnis, sondern du gehst da hin, du betreibst dieses schwachsinnige Controlling, das ist, das ist dummes Zeug eigentlich, äh, aber egal, irgendwo von musst du leben, ähm, äh, das ist nicht wirklich intelligent, sondern das ist eigentlich eher dumm. Die Intelligenz ist da, wo Risiken sind, die Intelligenz ist da, wo es was, wo Unklarheiten sind, wo es Schwierigkeiten gibt, die Bürokratie als, als Hindernislauf, die selber ist nicht wirklich, dass die Bürokratie als Hindernislauf ist nicht wirklich ein intelligentes, äh, ein intelligentes Verfahren zur Stimulierung von Intelligenz, sondern ich würde sagen, der Hindernislauf, wähle, wähle dir ein Hindernis und dann würde ich sagen, wähle diese soziale Wildnis, wo, 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 wo so viel Quatsch abläuft, dass du es eigentlich kaum noch fassen kannst. Äh, und da finde ich... Morgen kriege ich einen Anruf vom Chef, Herr Lehnert, ich habe, wir haben Ihren Podcast gehört, wollen Sie denn hier weiter beschäftigt bleiben? Und dann sage ich, ich gehe in die Wildnis. Du musst doch mit deinem Chef gar nicht darüber reden, verflucht nochmal. Aber der hört den Podcast eventuell. Aber du kannst aber anschließend, kannst du dafür sorgen, dass er nicht mitbekommt, dass du, indem du dir ein Pseudonym zulegst und einfach, ähm, deinem Chef, dein Pseudonym nicht nennst und dann weißt der nicht, mit wem was zu tun hat. Sicher, in deinem Fall, du kannst dann natürlich nicht auf Stimme, weil du hast natürlich eine tolle Stimme, die ist natürlich sehr deutlich zu erkennen. Aber noch einmal, dein Chef verhindert, dein Chef hindert dich nicht daran, dich mit interessanten und relevanten Fragen zu befassen. Er hindert dich nur innerhalb der Universität daran. Aber nur dort kann er dich daran hindern. Aber nicht in jeder Hinsicht. Ja, aber, aber das ist ja auch, das ist ja auch was, äh, eine Sache, Bürokratien sind ja, ja, Bürokratien sind ja allgemein, das zeichnet sie ja in gewisser Weise aus, relativ irritationssicher. Sie sind sehr, sie sind sehr stabil. Ähm, und was, was wahrscheinlich auch denn, denn irgendwie so diesen, diesen Fatalismus, äh, äh, Nahrung gibt, naja. Aber Moment, das ist immer, als Kritik wird das geäußert und das ist unfair der Struktur gegenüber und der Institution. Die wurden ja geschaffen, um sich gegen die Willkür zu behaupten und dann zu sagen, äh, die, die sind stabil, das wäre ja auch Quatsch. Nee, das stimmt schon. Ich wollte jetzt auch keine, ich wollte jetzt auch nicht werten, ich hab ja, ich hab ja nur, ich hab ja nur, äh, eine Beobachtung getätigt. Ähm, 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 die, die Autor, um die, um bei Autorität zu bleiben, äh, möchte ich jetzt nicht auf die Autorität von Bürokratien rekurrieren, sondern auf, äh, meine formale Autorität, die mir, äh, zu Beginn zugewiesen wurde, indem ich, äh, als Moderator irgendwie genannt wurde. Und, äh, ganz frech werde ich jetzt, werde ich jetzt die Macht dieses Wortes ausnutzen. Ähm, nachdem, nachdem, man muss ja irgendwie, man muss ja irgendwie, äh, äh, sagen, also wir hatten ja viel darüber geredet, über die Kontingenz, um die Unverunsicherung und so weiter. Und um den, das Ganze jetzt, äh, noch ein wenig weiter zu bleiben, diese Ganze, äh, dieses, dieses, dieses Ganze, ähm, Beschreibung auch deiner, sag ich mal, deiner, deiner, der Verhältnisse, in denen du dich befindest, die jetzt gerade passiert sind, das, das kann man ja auch anders sehen. Das ist ja aus, das ist ja, das ist ja die Beschreibung dessen, wie es aus einer systemtheoretischen, äh, Sicht wäre und, äh, und, und das ist, das ist, das ist zu dem Thema, aber wir können ja noch einen Schritt weiter gehen, und zwar zum Abschluss, äh, dann auch die, die, äh, die, die Sinnigkeit von dem, was wir hier tun und, äh, damit natürlich auch von dem, was, äh, das Publikum getan hat, wenn es an diesem Punkt ist, ist ja davon, ist ja praktisch, äh, gesetzt, dass es gehört hat, was, ähm, man ja auch hätte anders verbringen können, diese Zeit. bei YouTube, da können die gleich aufs Ende klicken. Oh, hervorragend. Ähm, so, das ist natürlich effizientes, das ist auch tatsächlich effizientes Hören, wenn man direkt zum Ende springen kann, so, dann spart, dann spart man sich, dann spart man sich das, das Hören irgendwie. Aber, ich, ähm, ich möchte nämlich, ähm, das Ganze hier, äh, mit einem Zitat, von Luhmann-Wenn, das überrascht jetzt wahrscheinlich nicht wirklich, ähm, und das, äh, das will ich jetzt, das will ich auch einfach ungeklärt in den Raum stellen, ähm, vielleicht, um, um eine Wirkung zu provozieren, im Publikum oder auch nicht. Und zwar, jedes Reden wiederholt das Schweigen. ist, wenn, das wiederholt das Meer wäre, von euch lumps Nate Magnus,